Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Hockey O'Clock. People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst das besser nicht sagen. Und hier steckt ein! Wow, I love it. So kann es gerne weitergehen. Es ist gut, es ist gut. Teil 4 der großen Karriere-Rückschau mit dem ÖERV-Jahrhundertgoalie und dem ersten Österreicher in der NHL bringt uns wieder zu einem kleinen Zeitsprung. Vor zwei Wochen in Teil 3 war es die glorreiche Zeit der VU Feldkirch. Die NHL werden wir uns noch ein wenig aufsparen für heute in zwei Wochen. Teil 4 widmet sich Reini deiner Rückkehr in die österreichische Eishockey-Liga. Ich möchte mich erst einmal erneut bedanken dafür, dass du auch hierfür sicherlich sehr lange Zeit nehmen wirst. Ja, es macht Spaß über die Vergangenheit zum Reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, selber denke ich nicht mehr viel dran, aber du bringst meine Erinnerung wieder zum Vorschein und es ist doch schön, ab und zu darüber zu planen. Es ist auch schön, die österreichischen Eishockey-Fans daran teilhaben zu lassen oder an einem reichen Erfahrungsschatz. Es gibt wenige, die so viel gesehen, so viel erlebt haben wie deine Wenigkeit. Wir springen ins Jahr 2006 und dort ins Frühjahr bzw. in den Sommer. Was hat dich dazu bewogen, bei Red Bull Salzburg anzuheuern? Die Spieler, die in der Mannschaft waren. Ich habe mir damals entschlossen, dass ich nicht mehr in Nordamerika bleibe. Es ist kurz zur Diskussion gestanden, ob ich zu einem anderen Verein hin wechsle. Aber aufgrund meiner Kinder sind ja auch schon in die Schule gegangen und die haben schon so viel Schule gewechselt, habe ich gesagt, die will jetzt da eine Konstante haben in ihrem Leben, wollten wir nach Österreich zurück. Und dann ist halt für mich nur Salzburg in Frage gekommen, weil da ist mit dem Martin Ulrich, guter Freund, hat dort gespielt, der Dieter Kalt hat gespielt. Und eben mit dem Dieter habe ich viel über den Wechsel nach Salzburg geredet und auch der Trainer, der damalige Trainer, der Hardy Nielsen, war ein Ausschlaggebend für die Entscheidung, nach Salzburg zu gehen. Inwieweit hast du das österreichische Eishockey während deiner Nordamerika-Zeit, natürlich Lockdown oder Lockdown, Corona lässt grüßen, Lockout bedingt, warst ja auch ein paar Spiele dann in Villach tätig. Aber inwieweit hast du in Nordamerika mitverfolgt, was sich in Österreich tut? Normal, ich habe das ganz normal mitverfolgt. Ich verfolge ja jetzt noch die Vereine, wo meine Freunde spielen oder ehemalige Mitspieler. Natürlich verfolgt man das auch noch. Ich bin ein Österreicher, ich bin ein stolzer Österreicher und selbstverständlich habe ich auch in meiner Zeit, wo ich im Ausland gespielt habe, die österreichische Liga mitverfolgt. Mitte der 90er, die große Zeit der V.I.U. Feldkirch, wir haben im letzten Teil schon über den Weg zur Dynastie gesprochen, die es dann auch letztlich war. Und Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends zeichnet sich eine weitere Dynastie ab. Inwieweit hast du das, was sich in Salzburg getan hat, mitverfolgen können? Inwieweit ist dir auch zugetragen worden, dass da Großes entstehen könnte? Zugetragen ist mir nicht geworden. Ich habe natürlich mitverfolgt, dass Salzburg in die Liga eingestiegen ist, am Anfang mit mäßigem Erfolg. Und dann das Jahr, bevor ich eben zurückgekommen bin, waren sie ja im Finale und haben sie überraschend verloren gegen V.I.U. natürlich schon ein Anreiz. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich schon zu einer nicht guten V.I.U. Feldkirch gekommen bin und wird dann erfolgreich geworden. Und jetzt wollte ich schauen, ob das ein zweites Mal möglich ist. Du kommst in diesem Jahr nach Salzburg. Was waren deine ersten Eindrücke von der Mannschaft? Es war ja schon eine Top-Mannschaft, bevor ich da war. Es waren wirklich gute Einzelspieler da. Wir haben einen super Trainer gehabt mit dem Hardy Nielsen und seinem Co-Trainer, den Martin Carlsen. Und das Umfeld ist ja auch sehr professionell gewesen. Red Bull mit dem Sponsor, also mit dem Sponsor von Didi Mateschitz. Da weiß man natürlich, dass er nur erfolgreich sein will. Und ich wollte halt erfolgreich weiterspielen. Und darum ist die Entscheidung recht einfach gewesen, für mich nach Salzburg zu wechseln. Sie waren damals schon knapp traut, dass sie den österreichischen Meistertitel holen. Und für mich ist immer klar gewesen, dass da man eine tragende Rolle hat. Und wenn es an mir liegen sollte, ob man Master wird oder nicht, die Herausforderung nehme ich gerne an. Jetzt warst du doch einige Jahre weg aus Österreich. Du hast zum ersten Mal seit bald einem Jahrzehnt dann auch wieder in Österreich Eishockey gespielt. Was war die größte Umstellung? Oder was war vielleicht auch das Schönste daran, wieder in Österreich dauerhaft Eishockey zu spielen? Wenn man so lange weg ist, ist Österreich es wurscht wo. Ich bin jetzt geborener Wiener, lebe in Vorarlberg. Aber für mich ist, wenn ich nach Österreich komme, ist es wurscht wo. Ich bin, ist Heimat. Und jetzt rückblickend ist er, Salzburg ist für mich eine wunderschöne Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass ich dort dauerhaft lebe. Und ich bin wieder nach Hause gekommen und habe mit meinen Freunden zusammengespielt und noch dazu in einer guten Organisation. Und was habe ich mir Besseres vorstellen können? Jetzt kommst du zu dieser Mannschaft, die natürlich auch mit potentem Sponsor Erfolg finden muss. Das muss man angesichts der Kaderqualität auch sagen. Inwieweit war, als du dazugekommen bist, zur Salzburger Mannschaft der Saison 2006-2007 spürbar, dass man hier gewinnen muss? Weiß ich nicht, ob man gewinnen muss. Aber ich muss schon sagen, nur der größte Sponsor sagt ja nicht automatisch, dass man jedes Jahr Master wird. An der KC hat ja das jahrzehntelang eindrucksvoll bewiesen, dass es noch nicht mit dem meisten Geld immer Master werden kann, sondern dass die Arbeit das Wichtigste ist und was ja der KC jetzt macht. Und in Salzburg, sie haben ja, bevor ich gekommen bin, das Geld gehabt und haben es aber nicht geschafft, Meister zu werden. Also es liegt nicht nur an dem Geld, das muss man schon betonen, da müssen schon ganz viele Sachen rundherum anpassen. Und es war für mich, ich habe die Mannschaft gesehen, ich habe gewusst, was für ein Trainer am Werk ist. Und für mich war klar, dass da nicht viel fehlt, dass man um einen Meistertitel mitspielen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meiner Karriere, auch bis zu dem Zeitpunkt, mehr oder weniger ausschließlich bei erfolgreichen Mannschaften gespielt habe. Und wenn man einmal da oben steht, will man nicht wieder einen Schritt nach unten machen. Und darum war für mich, eben wie schon gesagt, war das eine relativ leichte Entscheidung. Und dass der Druck, einen Druck hat man, das habe ich auch schon vorher gesagt, dass ich meine Familie ernähren muss und nicht, ob ich jetzt Meister werden muss oder ein Spiel gewinnen muss. Weil du die Person jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, Hardi Nilsson, der Meistertrainer, letztlich vorweggenommen, der diese Mannschaft auch geformt hat von vielen Weggefährten, immer noch in allerbester Erinnerung behalten wird, von dem in allerhöchsten Tönen gesprochen wird. Was war er für ein Typ? Wie war euer Verhältnis? Ehrlich. Er war herrlich ehrlich sogar. Herrlich ehrlich. Er war herrlich ehrlich. Er hat einen ganz trockenen Schmäh gehabt und hat aber ein gutes Gespür für die Mannschaft gehabt. Das ist auch, wenn man seine Karriere verfolgt, auch später, die Mannschaften haben immer für ihn gespielt. Das war ein Trainer, der hart war, der dir gesagt hat, was er von dir hält, aber ehrlich war und fair. Und so war er. Er hat einen guten Schmäh gehabt, der auch gerade bei den älteren Spielern gut angekommen ist. Da gibt es eine kleine Episode, da haben wir irgendwo, auch im Europacup waren wir in Frankreich, in Rouen waren wir da und dann war das Turnier beendet und wir sind erst am nächsten Tag heimgeflogen. Ein paar Spieler sind was essen gegangen, ein paar Spieler sind auf ein Bier gegangen und ein paar Spieler haben halt im Hotel gebokert und dann, ich war bei den Pokerspielern dabei und dann fragt der Hadi, weil man das beim Essen entschieden hat, das hat er zu uns am Tisch rüber geschrieben, hat er gesagt, was spielt ihr da jetzt da? Wir haben Texas Hold'em gespielt und dann hat er gesagt, darf ich mitspielen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bist du ein Spieler, Hadi? Und dann hat er zu mir gesagt, natürlich bin ich ein Spieler, glaubst du, warum stelle ich dich jedes Mal ins Tor? Und so ein Typ war er, aber er hat dann immer ein Lächeln dabei gehabt und war aber auch in Zeiten, wo er hart sein muss, ist er auch hart gewesen und das hat er uns auch gezeigt und ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt der richtige Trainer für die Mannschaft war. Dieses Hart-Sein-Müssen, wie hat sich das geäußert? Er hat den Spieler umziehen geschickt unter dem Spiel. Er hat jetzt einmal eine Situation in Klagenfort gegeben, wo er ihn André Lackos umziehen geschickt hat. Er sagt, André, für dich ist das Spiel beendet, geh dich umziehen. Aber er hat das auch geschafft, dass er nachher nicht, er war nicht nachtragend, er war selber ein Eishockey-Spieler, er hat gewusst, wie das ist, er hat das mit dem Spieler nachher unter vier Augen ausgesprochen und damit war das erledigt. Diese Salzburger Mannschaft der Saison 6, 7, das liest sich ein klein wenig wie das hohes Hoh des österreichischen Eishockeys der letzten 25, 30 Jahre. Jetzt ist schon auch wichtig zu sagen, dass diese Mannschaft nach eben dem verlorenen Titel noch einmal deutlich aufmunitioniert, worden ist. Aber wenn man die Kalz, die Kochs dieser Welt, die Peewals, die Harans, die Trattnigs, die Ulrichs, die Divis hernimmt, ist das für dich die in Spitze wie in Breite beste Akkumulation österreichischen Talents gewesen der letzten drei Jahrzehnte? Da bin ich jetzt selber, da ist mein Armand auch dabei gewesen, das sollen andere entscheiden. aber was ich über die anderen Spieler sagen kann, ist, ja, die waren jetzt 20 Jahre prägend im österreichischen Eishockey und natürlich ist es nicht schlecht, wenn diese Spieler in einer Mannschaft sind. Es geht in dieser Saison in die Playoffs, man ist eigentlich überragender Grunddurchgangssieger gefolgt, wieder vom VSV. War euch am Ende des Grunddurchgangs schon klar, es wird wieder auf dieses Duell hinauslaufen? Nein, klar war es nicht, aber es war dann im Endeffekt auch keine Überraschung. Filler hat eben mit dem Greg Coles da einen super Trainer gehabt, der ein unglaublicher Motivator ist und sie haben das Jahr davor den Meistertitel geholfen, haben auch eine super Mannschaft gehabt, haben mit dem G auch einen exzellenten Goal gehabt und dadurch war ja das nicht überraschend, dass sie nochmal ins Finale gekommen sind. Diese Playoffs werden nicht unbedingt jetzt in ganz großer Erinnerung bleiben, weil sie verhältnismäßig kurz waren. Beide Halbfinalserien Best of Five gespielt worden, beide gesweept, einerseits von Red Bull Salzburg gegen die Vienna Capitals, andererseits von Villach gegen Linz und dann geht es ins Finale. Und nachdem ja auch in der Kabine viele waren, die noch ganz genau wussten, wie es sich angefühlt hat, in einer Finalserie gegen Villach zu verlieren, wie war die Stimmung in dieser Salzburger Kabine vor der Finalserie? Normal, ich weiß ja nicht, wie das Gefühl vorher war, ich war ja nicht dabei, wo Salzburg verloren hat. Aber trotzdem hast du ein ganz gutes Gefühl für Spieler. Ja, aber es ist nicht, kann mich nicht erinnern, dass das Jahr davor ein Thema war. Wir haben echt eine super Saison gespielt, wir haben gar nicht viele Spiele verloren das ganze Jahr lang und wir haben gewusst, dass es hart wird, in Villach zum Spielen ist es sowieso immer hart, und es ist nie leicht dort zum Gewinnen, auch mit den Fans im Rücken in Villach, die auch tolle Fans haben dort. Und ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt und haben uns eigentlich auf uns konzentriert. Das war das Gigantenduell zwischen dem Pfosten auf der einen Seite, deine Wenigkeit mit Salzburg auf der anderen Seite, der letztlich vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Du musst natürlich schwunzeln, aus Gründen. Es war dann aber eine relativ eindeutige Finalserie am Papier. War es so eindeutig, wie es die Papierform suggeriert? Nein, überhaupt nicht. Abgesehen von den 70er-Jahren wahrscheinlich war es die schmutzigste Serie, die es in Eishockey in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es waren sehr viele Schwerverletzte. Es ist echt schmutzig gespielt worden. Und es war echt eine Genugtuung, nach der Finalserie die Hände von den Villachern zu schütteln, mit dem Wissen, dass wir das gewonnen haben. Was ins Auge springt, ist natürlich Finale Spiel 2, das ungewöhnlich für heutige Verhältnisse noch im Penalty-Schießen entschieden worden ist, was letztlich deine einzige Niederlage dieser Postseason war. Kann man vorstellen, mit Niederlagen oder dass Niederlagen im Penalty-Schießen den Goal ist, angerechnet werden ist. Ist das fair? Ich weiß nicht, ob es fair ist. Für mich war es okay. Ich habe immer versucht, dass ich die Schuld auf mich nehme. Dann fühlen sich die Feldspüler besser, sage ich einmal. Und wenn sie die Feldspüler gut spielen, hilft es mir wiederum. Mir persönlich war es egal. Ich habe selber gewusst, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen hätte sollen. Natürlich ist es nicht fair, wenn man immer den Torhütern die Schuld gibt. Genauso wenig wie, wenn er Penalty-Schießen gebunden ist, ist er nicht unbedingt der Torhüter. Aber wenn er verliert, halt schon. Aber das kann jeder handhaben. Wie er will, darüber mache ich mir keine Gedanken. Es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die auch damals vielleicht noch nicht mit dabei waren oder dem österreichischen Eishockey nicht die Aufmerksamkeit geschenkt und dir es verdienen würde, wenn du diese Serie, und den Schmutz in der Serie ansprichst. Was ist da alles vorgefallen, dass dir heute noch in Erinnerung ist? Ja, zwei Sachen auf alle Fälle. Ich glaube, das eine war, dass der Gregor Hartursen hinter meinem Tor so gecheckt worden ist, dass er das Gesicht gebrochen gehabt hat. Also das Gesicht gebrochen, wirklich, so wie ich es gesagt habe. Und der Dommi Koch hat den Schläger ins Gesicht gekriegt mit Ansage beim Bulli. Das hat ihm der Spieler vorher noch vorgewarnt. Er tat sie ihm gesagt, break your face. Und hat es Gott sei Dank nicht gebrochen, aber er hat halt eine fünf Zentimeter dicke Lippe gehabt. Und ja, es war sehr, sehr, sehr schmutzig. Und ja, früher hat man halt gesagt, Villeach ist halt so, in Villeach spielt man so hart. Mittlerweile ist ja das viel besser geworden. Es ist nicht mehr so, wie es damals war. Ja, es ist nicht so eine schöne Zeit, darüber zu reden. Also ich bin froh, dass wir das gewonnen haben. Wenn du dann als Sieger von so einer Serie herausgehst, ist es dann natürlich schon eine Genugtuung, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt den Eishockeysport geholfen hat. Ich möchte zum Thema Genugtuung dann auch noch ein wenig zu sprechen kommen. Ich habe lange überlegt, wo folgende Geschichte einpflege, weil sie an vielen verschiedenen Orten passen würde. Ich habe mich erreicht von einem Mann, der damals auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Eis gestanden ist. Niemand geringerer als Markus Pintner, der sich folgendermaßen an dich, deine Karriere erinnert und vor allem an ein Unikum. Hallo Martin. Zum reinen Divis gibt es natürlich sehr viele Geschichten. Bei mir war das so, dass ich seine ganze Karriere schon sehr früh beobachtet habe bzw. mitbekommen habe, weil er in jungen Jahren schon nach Vellkirch gekommen ist. Ich war damals noch ein zehn-, elfjähriger, junger Eiskirchspieler beim RC Lustenau. Wie in Freiburg haben das aber alle mitbekommen, dass er in jungen Jahren schon eine Chance bekommen hat, bei der VU Vellkirch in der ersten zum Spielen. Was noch wichtiger war, nicht nur, dass er die Chance bekommen hat, sondern er hat sich auch genützt. Deswegen war der Rennendivis zur damaligen Zeit ein Vorbild für ganz viele Spieler, auch wenn man nicht selber Torhüter war. Aber er hat eigentlich den Weg vorgezeigt. Das war immer sehr beeindruckend. Ich persönlich habe ihn noch eher als Gegner kennengelernt. Ich habe damals noch beim Underdog, beim VSV gespielt und der Rennendivis war beim großen Repul Salzburg bei den meisten Spielen der Top-Favorit und wir haben dann auch in verschiedenen Playoff-Serien gegeneinander gespielt. Dort war es eher eine Hassliebe. Ich habe gewusst, dass der Rennendivis mit seiner Qualität, mit seiner auch mentalen Stärke und mit seiner Persönlichkeit ein absoluter Leader in dieser Mannschaft sein wird und dass es vielleicht auch der entscheidende Faktor ist, wie der Renni haltet, wie er die Mannschaft im Spiel haltet und deswegen habe ich natürlich dort auch mit meiner Art und Weise Eiskill zum Spielen versucht, viel zu provozieren, viel in den Playoff-Sellen mit ihm zu reden und ihm irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Ich habe das mit mehreren Goals und mehreren Spielern gemacht. Das hat meistens recht gut geklappt. Beim Renni war es komplett erfolglos. Ich habe zwar nicht aufgehehrt, aber auch nach jeder Playoff-Serie habe ich mir gedacht, okay, das hätten wir eigentlich schenken können, weil der Renni Divis ist wie ein Starren, da kann ich einreden, da kommt nichts zurück, der lässt sich von Konzepten da bringen und ist auch einfach mental auch so stark gewesen, dass er genau gewusst hat, was ich mache und das hat ihn völlig kalt gelassen. Ich habe ihn eigentlich erst später noch näher kennengelernt durch das Nationalteam natürlich, jetzt arbeiten wir schon mehrere Jahre zusammen und ich bin sehr froh, ihn zu kennen, weil er andere Orte und Weise hat, wie ich. Er ist viel direkter, er ist sehr, sehr ehrlich, er redet nicht ums Thema drum herum und das sind Punkte, die ich sicher von ihm lernen kann, das hilft auch, weil wir einfach total verschiedene Charaktere haben im Nationalteam und man merkt bei modernen Diskussionen und da denkt man sich, das nimmt kein Ende und irgendwann sagt der Reine, okay, Schlussblädeuhe, so und so schaut es aus und ich habe jetzt genug gehört, das müssen wir machen und das ist nichts und deswegen ist es sehr beeindruckend, wie der Reine agiert und er hilft uns natürlich im Nationalteam und auch mir als Mensch sehr, weil er einfach sehr direkte und ehrlich Art hat und man kann ihm vertrauen, er ist sehr loyal und das sind wirklich Eigenschaften, die man heutzutage nicht mehr so einfach findet. Große Worte von Markus Peintner, da wiederholt sich auch vieles, das andere Weggefährten in ihren Worten mir auch haben zukommen lassen, was für mich besonders beeindruckt, wahrzuhören jetzt in dieser Episode, in diesem kleinen Ausschnitt war, dass er alles versucht hat, bei dir unter die Haut zu kommen und Eiskart gescheitert ist. Hätte es einen Weg gegeben, bei dir unter die Haut zu kommen oder ist dieses Unterfangen aussichtslos? Zuerst würde ich einmal sagen, der Markus Peintner ist für mich wahrscheinlich der am wenig wertgeschätzteste Spieler, der in Österreich gespielt hat. Er hat natürlich eine tolle Karriere gehabt, hat genug Nationaldeamsspiele gehabt. Und Österreichs letzte Olympia-Quali zu verantworten. Genau, nur für mich hat er diese Wertschätzung nicht bekommen, die er verdient hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne mit ihm in der Mannschaft gespielt, weil er ist so ein Kretzen gewesen, den du gerne in deiner Mannschaft gehabt hast. Und er war auch, er ist ja nicht nur ein Kretzen gewesen, er war auch ein guter Eishockeyspieler, genommen, dass er das wollen hat. Aber für mich war klar, ich habe das wahrgenommen, dass er das gemacht hat, aber für mich war klar, wenn ich mich jetzt beschwere oder das erwidere, dann hört er noch weniger damit auf, weil dann hat er Erfolg gehabt damit. Ich habe das eh schon in vorigen Gesprächen gesagt, ich habe sehr viel mich informiert, wie andere Top-Tor-Hüter mit Druck umgehen und mit Widrigkeiten von außen und da hat es für mich, da habe ich was über Patrick Roy gelesen und zwar, der hat in Colorado gespielt gegen Detroit, das waren ja auch diese Erzfeinde und wenn du in Detroit im Playoff gespielt hast und hast ein Gegentor gekriegt, haben sie diese Oktopusse auf Seis geholt und jeder Tormann hat sich im Tor versteckt, dass einem der Oktopus nicht trifft und der Patrick Roy hat das Gegenteil gemacht, der ist rausgefahren bis und das war für mich ein Sinnbild wie ich agieren muss als Tormann dass ich meiner Mannschaft vermittle wenn was passiert ok da kann passieren was wir haben eben in Reinhard hinten den stört nichts und so war es auch mit diesen Attacken die natürlich im Playoff passieren dass sie in Torhüter attackieren die aus der Ruhe bringen wollen nur ich muss die Ruhe behalten sonst kann ich meine Leistung nicht bringen und dadurch ich war auf das eingestellt dass das passieren wird und gerade von Markus Beintner sowieso da war ich drauf vorbereitet und darum hat mich das auch nicht gestört im Gegenteil ich habe gewusst wenn er will ok dann mache ich einiges richtig genauso wie wenn die Fans von außen schimpfen wem schimpfen die Fans es werden nur die guten Spieler geschimpft die schimpft die die schimpfen die störte das sage nein mein Sohn heißt Dominik das ist für mich ein Kompliment weil ich habe noch nie gehört dass ich nicht schimpfe oder Spieler von der vierten Linie das ist geschimpft worden wenn wir gefahren sind ist der Dieter kalt geschimpft worden und Martin Ulrich oder ich und für mich war das eher ein Kompliment und genauso ist das wenn ich attackiert worden bin von den gegnerischen Spielern war das eigentlich eine Bestätigung dass meine Leistung nicht so schlecht sein kann trotzdem um es zu konkretisieren wenn Markus Peintner vielleicht auch in dieser Finalserie versucht hat ein wenig unter deine Haut zu kommen war das mehr so die kleine Attacke nach dem Pfiff oder war das Trash Talk war das eine Mischung aus beidem und wenn Trash Talk wie hat versucht in deinen Kopf zu kommen alles genau er hat alles gemacht er war gut darin und es hat ja oft es hat ja ganz oft bei ihm funktioniert und ich ihn bei mir ich habe ihn angelacht oder ihn ignoriert und habe mich schon wieder auf die nächste Situation vorbereitet aber ich habe nie was dazu gesagt überhaupt nicht ich mich beschimpfen lassen oder niederfallen lassen habe mir halt ein bisschen mehr Zeit lassen beim Aufstehen dass der Schiedsrichter das auch versteht dass ich schon wieder attackiert habe und habe wieder meine Ausrüstung gerichtet was dann wiederum ihm mehr aufgeregt hat als ist eigentlich ziemlich egal gewesen dass diese genugtuung angesprochen die die es gegeben hat den villachern nach der für red bull salzburg entschiedenen finalserie die die hand zu reichen wie war es für dich erstmals österreichischer meister in einem anderen dress als dem der vio felkirch zu werden das ist weniger in meinen gedanken vorkommen es ist schon salzburg ist glaube ich bis dahin noch nie master geworden und natürlich war das das große ziel seit red bull eingestiegen ist dort und ich war einfach froh dass wir das jetzt geschafft haben und die teil dieser dieser mannschaft sein nichts desto trotz und das ist vielleicht eine Medienvertreter Vertreterinnen Journalisten Journalistinnen Geschichte zählen alle Titel gleich viel oder gibt es besondere Titel und wenn ja wo rangiert dieser erste Titel für die Salzburg Organisation aber logischerweise dein sechster in Österreich nein für mich zählt jeder Titel gleich viel es ist so dass jeder Spieler in der Mannschaft hat gleich viel Anteil es gibt Rollen die verteilt werden müssen man kann nicht mit 20 Häuptlingen Meister werden es braucht die die Drecksarbeit machen und genauso braucht man Ersatz Dormen ohne den geht es auch nicht oder einen zweiten Dormen Ersatz Dormen das will ich zurücknehmen zweiten Dormen und es ist für mich jeder Titel gleich für es ist jeder Titel gleich schwer zum erreichen du musst jedes Jahr den selben Weg gehen es gibt im Endeffekt ist der zehnte Meistertitel genau so früh wie der erste Meistertitel weil du kriegst dasselbe mit da also da gibt es bei mir überhaupt keine Wertung Es gibt als Titelträger in einer Offseason die für das österreichische Eishockey aber auch für Red Bull Salzburg eine tiefgreifende Veränderung gibt welche das ist und warum sie so tiefgreifend ist das Ganze nach einer ganz kurzen Pause Hockey A Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data Better Stats Better Sports Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik Verbandsverwaltung Multimedialer Multimedialer Anzeigesysteme und Live Grafik während Sportübertragungen Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug Hockey Data geht noch weiter Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel welches Team kann einen 2 zu 0 Rückstand noch drehen genaueste Analysen mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten übersichtliche Shot Charts auf der Website oder auch die Recherche von Hot Streaks und historischen Werten Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistik-Spezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram Hockey Data Better Stats Better Sports Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner zurück bei Folge 4 der großen Karriere Rückschau von und mit Rainer Dieves Rainer Wir sind mittendrin in deinen Salzburger Jahren gerade erst den Meistertitel der Saison 2007 besprochen und eben auch angekündigt es kam innerhalb der Organisation zu einem Wechsel der auf viele Entwicklungen in Österreich auch Einfluss nehmen sollte und das Ganze ist natürlich die Personalie Pierre Paget Kannst du dich noch an dein erstes Aufeinandertreffen in Österreich mit Pierre Paget erinnern? Nein kann ich nicht mehr also für uns ist der Wechsel überraschend gekommen wir haben es zwar schon im Februar mitbekommen dass nächstes Jahr wahrscheinlich ein neuer Trainer da sein wird keiner hat den Pierre Paget kennt außer dass er in Berlin war aber ich kann mich gar nicht gar nicht wirklich daran erinnern auf mein erstes Zusammentreffen mit ihm dann frage ich Hannes was war oder ist die erste bewusste Erinnerung an Pierre Paget war es auch schwierig so viele da gibt es echt viele Erinnerungen da es war sehr sehr prägend sagen ich mal die Jahre mit ihm in Salzburg er hat halt das Eishockey bei uns auf den Kopf gestellt sage ich einmal und auch neu erfinden wollen hat er vieles er hat vieles schlecht gemacht aber auch vieles gut gemacht und auch viele Ideen die er gehabt haben sind im Nachhinein nicht so schlecht gewesen die im Moment eigentlich sinnlos waren oder nicht notwendig gewesen ist aber er hat polarisiert und viele haben ihn nicht mögen er wollte weiß ich nicht was er wirklich beweisen wollte er hat ja bei uns einen Umbruch in der Mannschaft gehabt das was ich bis heute noch nicht verstanden habe weil wir funktionierende Mannschaft waren die auch erfolgreich war und auch in den nächsten Jahren erfolgreich hätte sein können aber da er hat diese Philosophie gehabt dass jedes Jahr 25% der Mannschaft ausgetauscht werden kann dass nach vier Jahren quasi eine komplett neue Mannschaft da ist weil so so habe ich das verstanden weil also dadurch wiederholt sie auch nicht dauernd bei den Spielern und kann auch länger am Ruder bleiben als Trainer Jetzt kommt dieser Mann nach Salzburg wird auch mit vielen Vollmachten ausgestattet das muss man auch dazu sagen der diese fixe Idee des Mannschafts Umbaus oder der Mannschafts Veränderung hat jetzt kommst du auch aus einer Zeit gerade mit der VW Felkich wo man gesehen hat dass ein Nuklus an Leistungsträgern auch über Jage Erfolg bringen kann jetzt war das auch eine Salzburger Mannschaft in der du warst mit vielen Leithammeln wie hat das ausgesehen oder wie muss man sich das vorstellen es trifft der Veränderer Pierre Paget auf diese Leit Figuren und Führungsspieler in Salzburg Das ist ein bisschen schwierig für mich ich muss sagen ich persönlich habe mit Pierre überhaupt kein Problem gehabt ich bin letztes Jahr auf Reha gewesen nach meiner Rückenoperation und dann bin in Hanenkam Raum rauf gelaufen und dann habe ich ihn getroffen er lebt jetzt in Kitzbühel und das war eigentlich ein nettes Gespräch und er wollte das Eishockey in Österreich revolutionieren er hat eine Vision gehabt wollte NHL Spieler heraus bringen ob die ernst gemeint war oder nicht weiß ich nicht aber er hat es einmal so kommuniziert und ja es ist er ist ein Nordamerikaner für uns ist er nicht mit vielen Vollmachten ausgestattet worden für uns war er der Entscheidungsträger sonst keiner beim Eishockey und so hat das für uns ausgesehen für uns Spieler und in Nordamerika ist es so wenn er neu zu einem Verein kommt dann stellt er alles am Kopf und holt die Leute die er will die Spieler die will und so hat er das bei uns auch gemacht er wollte halt da was aufbauen er hat sehr lange genug geschafft dass er in Salzburg geblieben ist und ja es war ich habe es ein bisschen schade gefunden weil wir schon eine funktionierende Mannschaft hatten die auch offen für Neues war und das waren nicht sture Mitspieler die nur das tun wollten was sie gerne gemacht hätten sondern die haben sich im Dienste der Mannschaft gestellt und wenn dann so wirklich leidenschaftliche Eishockeyspieler wie ein Gregor Harterson sagt oder ein ja hat Gregor Harterson der das Jahr davor beim Hardik sagt er kann sich nur vorstellen er war ja spielen und nach dem Jahr hört er auf dann ist irgendwas falsch gelaufen Wie hast du diese Saison 2007 2008 damals erlebt wenn man sich schlicht und ergreifend ansieht wer alles für Red Bull Salzburg damals aufgelaufen ist wahrscheinlich hättest du aus den Spielern drei Mannschaften bilden können und es war aber nur eine also sehr viel kommen sehr viel gehen sehr viel Veränderung wie hast du das damals in deiner Wahrnehmung verarbeitet wir haben wir haben das schon innerhalb der Mannschaft besprochen und für uns noch einmal es war nicht notwendig weil es ist ja viel Geld hinaus gepulvert worden wo nicht notwendig gewesen ist weil wir waren erfolgreich und da hätten wir was vernünftigeres anstellen können mit dem Geld aber wir waren nicht die Entscheidungsträger wir waren nur die Spieler wir haben das gemacht was wir von uns verlangt wir haben versucht am meist das Beste zu umgeben und was in der Funktionärsebene abläuft da habe ich mir schon einige Jahre früher keine Gedanken mehr drüber gemacht da habe ich einen Spruch von meinem Agenten in Amerika bevor ich rübergegangen bin der hat zu mir gesagt Reinhard von mir kriegst du keinen Tipp außer einen einzigen er hat gesagt versuch ja nie Trainer und Management Entscheidungen zu verstehen er sagt ich bin ein Rechtsanwalt ich bin Spielervermittler ich verstehe es oft nicht also mach dich nicht verrückt und versuche sie zu verstehen und mir ist in dieser Situation so gegangen ich habe mich auf meinen Job konzentriert und was rundherum passiert ist habe ich versucht nicht verstehen zu wollen trotzdem auch wenn man weiß welche Spieler teilweise unter Pierre Paget gelitten hatten aus welchen Gründen auch immer war man unter ihm bei Red Bull Salzburg als Goalie in einer geschützten Werkstätte nein ich glaube du weißt er hat er hat ihn Ruhe lassen wenn er der Überzeugung war dass er von dir profitieren kann und das meine überhaupt nicht werden das finde ich gar nicht schlecht weil wenn ich als Trainer weiß ich kann mich auf einen Spieler verlassen natürlich behandle ich ihn wahrscheinlich anders ob man sollte oder nicht soll jeder selber entscheiden es ist so ich habe Gott sei zu führen und ja es ist ein schwieriges Thema darüber zu reden er hat auch gute Sachen gemacht das muss man schon sagen und im Nachhinein hat sich herausgestellt dass die Trainer dann auch nicht unbedingt besser waren die in Salzburg waren wenn man die Spieler fragt es ist ein Aussagen von Spielern gekommen natürlich war ich ja mein Kontakt nachher immer noch zu den Spielern gewesen und die haben zu mir gesagt Reinhard der Pierre war Weltmeister gegen unseren jetzigen Trainer und also so ist es nicht dass alles schlicht weil er hat halt ein Auftreten gehabt hat halt seine Interviews die vielleicht in der Öffentlichkeit oft nicht zu verstehen war weil er gar nicht auf Fragen geantwortet hat die gestellt worden sind aber das hat ja bei einem System gehabt weil er für ihn ist ein Interview nur ein Mittel zum Zweck gewesen er zum Interview gegangen weil er das mitteilen wollte was er will und wenn er fragt gestellt worden ist den nicht auf die gerade nicht in sein Konzept passt und dann hat er einfach gesagt was er wollen hat und so ist dann ist das so rüber gekommen wie wenn er die Frage nicht versteht oder irgendwas in seinem Kopf los ist aber das war ja System bei er ist ein hoch intelligenter Mensch gewesen nichtsdestotrotz und das soll keine Anklage gegenüber Pierre Paché sein weit weg davon sondern vor allem auch einer jüngeren Generation versuchen nahezubringen dass er im besten aller Sinne kurioser Eishockey Vogel war und wahrscheinlich auch nach wie vor ist wenn er solche Interviews gegeben hat hat man dass er die Mannschaft mitverfolgt hast du das auch mitverfolgt wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat oder ist das immer zugetragen worden hast du auf sowas Wert gelegt sowas zu verfolgen nein hoffe ich nicht natürlich haben wir es mitgekriegt es war nicht möglich es nicht mitzukriegen wir sind ja darauf angesprochen worden aber wir haben ja gewusst wie er ist und ja ihr war den Grundsatz habe ich auch schon erwähnt der Trainer hat immer recht weil wenn er oft nicht recht hat ist er immer lang der Trainer und ich habe viele Trainer in meiner Karriere gehabt Gott sei Dank viele gute auch schlechte und für mich war wichtig ich habe nicht mehr geurteilt ob er gut oder schlecht ist sondern wie er menschlich ist und ob er gewinnen möchte oder nicht gewinnen möchte und gewinnen wollte ob das menschliche passt hat ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt umgangsformen mit anderen kann ich nicht hat mir nicht alles gefallen aber ich weiß natürlich nicht was zwischen denen passiert ist darum habe ich mir keine Meinung über diese Umgangsformen gebildet das wunderbare an diesem Podcast ist dass man natürlich auch mit Gerüchten bestimmten Urteilen oder dergleichen aufräumen kann und das hält sich gerade in das Gerücht dass das öfteren auch mal geraucht haben soll zwischen euch beiden würdest du das auszusehen war das tatsächlich der Fall oder ist das ein blödsinn das ist ein Schwachsinn das ist ein Schwachsinn da ist zwischen uns persönlich hat es nie ein Problem gegeben überhaupt nicht also das weiß ich nicht wie das jetzt zustande gekommen ist mir haben einige Sachen nicht gefallen wie er mit Spielern umgegangen ist mit jüngeren Spielern hat es auch mal einen Zwischenfall mit Mario Fischer gegeben da bin halt ich schon Gerechtigkeits Fanatiker gewesen und bin auch für den Spieler aufgestanden aber ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt und ich muss ehrlich sagen das höre ich zum ersten Mal dass mir das nachgesagt worden ist Wunderbar dann können wir damit auch entsprechend aufräumen und wird sich dann auch nicht mehr als Wahrheit halten wenn wir zum sportlichen Verlauf der Saison kommen Salzburg in der Saison davor mit diesem starken Stamm an auch agrivierten österreichischen vor allem Nationalteam Spielern die Saison von Anfang bis Ende de facto dominiert und dann war aber im Grunddurchgang und auch in der Platzierungsrunde dann doch deutlich mehr Sand im Getriebe in der Folge Saison war das eine direkte Konsequenz aus dieser hohen Personalfluktuation oder gab es andere Gründe Nein es ist wo der Pierre Kuhmann ist ist halt alles auf den Kopf gestellt worden und es hat viele Sachen gegeben die für uns Spieler nicht nachvollziehbar waren und die haben wir erst verkraften müssen und es haben viele gerade die ausländischen Spieler die gewohnt sind dass sie sehr viel macht haben die haben natürlich am Anfang versucht dagegen anzukämpfen und haben geglaubt so kann man nicht umgehen das geht ja nicht so und die haben sie auch erst akklimatisieren müssen erstens sind sie in einem fremden Land dann haben sie jetzt einen Trainer wo sie so noch nie kennengelernt haben und das hat Zeit gebraucht dann hat es viele Spieler Wechsel gegeben die man das ist man Mannschaft Sport es ist ja nicht so dass man 20 oder 25 Spieler zusammen würfelt und die dann automatisch erfolgreich sind die müssen harmonieren miteinander das hat halt einfach die Zeit gebraucht dieses sagen umwobene Pierre Paget'sche System Five Man No Position das viele mit rauchenden Köpfen auch zurückgelassen hat ist dir das im Locker Room aufgefallen dass über so manchem Spielerkopf einfach nur noch Fragezeichen schwirren ja also für die Spieler war es nicht immer einfach und da hat es natürlich viele Diskussionen geben aber wir haben so starke so gute Charaktere gehabt und so starke Spieler dass die haben sich das halt selber geregelt noch wir sind vor dem Playoff haben uns zusammen gesagt ok machen wir so und es hat Gott sei Dank funktioniert es war nicht immer einfach aber es hat uns zusammengeschweißt und im Endeffekt hat es dann Gott sei Dank doch funktioniert dass man mit der Antwort schon ein klein wenig den Wind aus den Segeln genommen was die nächste Frage und auch Antwort anbelangt es gibt tatsächlich immer noch eine erkleckliche Zahl an Menschen die sagen 2007 2008 ist Salzburg nicht wegen Pierre Paget Meister geworden sondern trotz Pierre Paget was würdest du diesen Leuten antworten die das sagen Ja aber man ist ja immer mit ein Meister geworden weil auch wenn die Spieler was anders gemacht haben ist er doch er haupt verantwortlich dafür gewesen siehst du du kannst die hohe Kunst der Diplomatie möchte diese Saison auch deswegen noch mal etwas intensiver passieren lassen weil es zwei sehr spannende Angelegenheiten gab in den Playoffs einerseits das dort schon fast alljährliche Wiedersehen mit Villach im Viertelfinale die Ängste aller Viertelfinal Serien und dann auch das erstmalige Erreichen einer internationalen Mannschaft des Finals nämlich von Ljubljana gegen Salzburg Was sind erst einmal deine Erinnerungen an diese Villach Serie von der schmutzigsten Playoffserie kommend die Österreich je gesehen hatte in diese Serie übergehend Das war wahrscheinlich eine der emotionalsten Serien einer der wenigen Serien in der man in Erinnerung geblieben ist das war im Halbfinale war das Best of Five gespielt genau Viertelfinale Best of Five von Halbfinale war dann in der Sweep Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen und dann kommen wir nach Salzburg und dann haben wir überraschender weise verloren und dann sind wir noch Villach gekommen und dort sind wir zerlegt worden und dann haben wir eben das Entscheidungsspiel Game Five und ich glaube bis 10 Minuten vor Schluss ist 0-0 gestanden und das war so spannend also das war darum ist mir das in Erinnerung geblieben das war eines der nervenaufreibendsten Spieler in meiner Karriere glaube ich und wir haben ganz knapp gewonnen glaube ich wir sind dann ganz knapp also im dritten Drittel sind wir mal über zwei Minuten fünf gegen drei unter zwei gewesen und das kann ich mich erinnern und die haben wir dann irgendwie überstanden und haben dann eben das 1 ich glaube der Marco Pewal hat 1-0 gemacht gegen einen vierfachen österreichischen Meister Deine Erinnerung ist wie immer akkurat weil du aber auch gesagt hast in Villach ist man zerlegt worden es war ein deutlicher 8-2-Heimerfolg der Villacher und in den Playoffs hat man ja nie viel Zeit um sich jetzt auf ein neues Spiel einzustellen vorzubereiten wie ist es dir gelungen nach solchen Leistungen vielleicht auch negativen Erlebnissen die Festplatte so schnell als möglich zu löschen Short Memory als Stichwort Ja das ist was ich in der KAC Vildkirch Serie wo ich schon erwähnt habe ob du jetzt 10-2 gewinnst und 9-4 verlierst es ist trotzdem nur Spiel und die Mannschaften sind beide gut wenn sie im Halbfinale stehen es ist 2-2 gestanden ich habe das später auch noch miterlebt in Wien haben wir auch mal 9-1 gekriegt im Entscheidungsspiel oder war das das Jahr oder vorher ich weiß gar nicht mehr und trotzdem ist es nur ein Spiel es zählt auch nur ein Punkt und genau so war das und für mich war immer klar als Dormann als Dormann kannst du dir auszeichnen wenn du nach so ein Spiel zurückkommst und deine Leistung bringst und wenn man oft 2 auswärts verliert dann kann der Dormann nicht gut gewesen sein und für mich war es Zeit dass ich dann der Mannschaft etwas zurückgib jetzt nach diesem Playoff Run über dann auch Villach und Wien ins Finale geht es gegen Ljubljana was ist dir in dieser Serie in Erinnerung geblieben oder was kommt dir als erstes in Erinnerung da hat es die Strafverifizierung gegeben hochkontrovers hochkontrovers und das ist echt schade gewesen für das Eishockey ich habe aber dann im Nachhinein gehört dass natürlich haben wir profitiert davon und wir werden gerne anders Master waren und ich schließe mich jeden an der sagt wenn es diese Strafverifizierung nicht gegeben hätten hätten wären wir nicht Master waren also wahrscheinlich wäre das so passiert aber ich habe im Nachhinein gehört dass Leibach selber schuld war da es hat damals diese Punkteregel gegeben und ich glaube 60 Punkte und wenn ein Spieler gesperrt ist der 4 Punkte gilt dann darf man halt das nächste Spiel oder solange die Sperre aufrecht ist nur 56 Punkte verwenden und das ist ganz klar kommuniziert worden dass wenn sich Vereine nicht dran halten dann werden die Spiele strafverifiziert und ich habe im Nachhinein gehört also ich erzähle jetzt nur was man erzählt hat ob es genau stimmt quasi nicht dass Leibach hat sich nie an die Regeln konnten unter dem Jahr schon und die sind immer wieder verwandt worden und dann vor dem Playoff sind sie noch einmal explizit darauf hingewiesen worden und wo sie dann sogar gerade das Spiel davor war wieder eine Sperre für einen Leibach Spieler und die sind wieder darauf hingewiesen bitte aufpassen ihr dürft nur so und so viele Punkte einsetzen das haben sie dann auch schriftlich bekommen und sie haben sie wieder nicht dran gehalten und darum hat es diese Strafverifizierung gegeben die Legende besagt dass die Mannschaft das Ljubljana im Bus erfahren hat dass dieser eine Serien Sieg den Besitzer gewechselt hatte wirst du damals davon erfahren dass jetzt ein Sieg in der Serie mehr auf Habenseite von Red Bull Salzburg ist das haben wir glaube ich beim Vormittagstraining also dann hat es natürlich die Diskussionen gegeben wie wir jetzt damit umgehen die Liga wollte es natürlich elegant lösen weil Werbung war es nicht fürs Eishockey und das waren halt die Diskussionen wie entschieden wird und wir sind glaube ich am Vormittag informiert wenn das jetzt da Diskussionen gibt und vor dem Spiel eine Entscheidung geben wird und wie dann entschieden worden ist das haben wir glaube ich vom Spiel erfahren wenn ich das richtig in Erinnerung habe Wenn du dich in die Lage des Gegners versetzen wirst statt einer 3-1 Serienführung ein 2-2 wie brutal fühlt sich sowas an oder wie brutal glaubst du würde sich sowas anfühlen Ich glaube das kann man gar nicht anders beschreiben das ist brutal und ich habe ja Spieler ich habe ja Freunde auf der anderen Seite gehabt die haben ja Thomas Vnuk Nik Zubancic die haben ja dort gespielt und für sie hat es mir auch leid getan aber Gedanken darüber habe ich mir damals in dem Moment nicht gemacht weil wir uns ja auf das Spiel vorbereitet haben wir haben natürlich noch geglaubt dass wir 1-3 in der Serie drehen können und es ist halt so so passiert wie es passiert ist ich kann es nicht erinnern ich habe auch die Entscheidung nicht getroffen mir wäre lieber gewesen es wäre anders gewesen aber es ist halt in der Regel sollte man sich schon halten die Finalsäge bleibt auch deswegen in Erinnerung ich bin da natürlich ein gebranntes Kind weil ich mit ihm länger darüber gesprochen habe dass Robert Lukas der in dieser Saison Teil der Salzburger Mannschaft war in den entscheidenden Spielen dann nicht mehr aufgeboten worden ist wer den den Competitor Robert Lukas kennt weiß wie ihm wahrscheinlich Seele Herz und alles was nur bluten kann geblutet hat eine von vielen Entscheidungen die es natürlich zu akzeptieren galt aber wie hast du auf solche Dinge reagiert ist dir sowas aufgefallen und hast du das dann auch versucht zu thematisieren wenn der Zeitpunkt richtig ist oder hast du es akzeptiert akzeptieren müssen ja ich habe akzeptieren müssen wenn der Trainer entscheidet wenn ich Trainer bin will ich auch selber entscheiden lasse ich mir auch nicht reinreden und ob jetzt das richtig oder falsch war ja Robert Lukas ist einer der besten Verteidiger die es in Österreich gegeben hat und ich glaube der hätte auch uns dort geholfen warum die Entscheidung so ausgefallen ist wie sie ist wissen wir nicht du müsst mir den Berberche fragen es geht in jedem Fall in Richtung zweiten aufeinanderfolgenden Titel für Salzburg die Mini-Dynastie Red Bull Salzburg ist auch geboren abseits dieser Dynastie hat es natürlich auch wieder einen Stamm zumindest an Kräften gegeben auch wenn sich das drumherum extrem verändert hat mit wem warst du in Salzburg in all diesen Jahren eng wer sind da gute Freunde und Wegbegleiter geworden ja eigentlich die Österreicher also ich bin mit dem ob jetzt der Togo der Tome Koch war aber ich glaube in Tome Koch kennt jeder unter Tago im österreichischen Eishockey aber Marco Bewal mit dem Dieter Kalt natürlich da ist auch jetzt der Kontakt noch da natürlich meinem alten Wiener Freund Martin Ulrich mit dem habe ich gern zusammengespielt was auch einer der Hauptgründe war warum ich nach Salzburg bin weil ich immer mit einem zusammenspielen wollte ja also die österreichische Connection war halt dort immer da es sind ja dann auch super Spieler dazugekommen wie Matthias Tratnik Daniel Welser da ist ja der Respekt untereinander auch so groß gewesen darum hat das erfolgreich funktioniert sag ich einmal wir haben ja ganz viele Führungsspieler in der Mannschaft gehabt und trotzdem hat jeder gewusst welche Rolle er ausfüllen muss ziemlich mehr als nur passend dass du als erstes und das mag jetzt reiner Zufall sein auch Thomas Koch erwähnt dass mich mit Thomas Koch ein wenig über deine Wenigkeit unterhalten und ihn auch gebeten so ein zwei Erinnerungen vielleicht auch zu gemeinsamen Salzburger Zeiten zu übermitteln eine hat er tatsächlich dann auch zu diesem spezifischen Thema geliefert möchte da erstmal mit dir reinhören und mich dann danach mit dir darüber unterhalten in unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg haben wir uns sehr gut verstanden und unter anderem haben wir uns auch die letzte Reihe Mannschaftsbus geteilt und wie es eben so ist nach dem Mittagessen fährt der Bus wieder weiter und alle Spieler legen sich hin und halten einen Nachmittagsschlaf und ich habe natürlich unten schlafen müssen am Boden weil ich der Jüngere war und der Divo war der Ältere und hat natürlich oben quer über die ganze Sitzbank schlafen können und er hat immer nur eine Stunde Nachmittagsschlaf gebraucht und ich war da so quasi der Langschläfer und habe locker zwei Stunden schlafen können und meistens ist der Divo aufgewacht nach einer Stunde und dann wollte eben immer Kaffeezeit nach ihm schlafen und er wollte den Kaffee eben nie alleine trinken und deswegen hat er mich immer sanft geweckt und sein Ansatz war wenn ich tief geschlafen habe hat er sich runtergebeugt zu mir und hat gesagt Tago kannst du auch nicht schlafen und natürlich bin ich aufgewacht und meine Antwort war jetzt nicht mehr und dann hat er gesagt komm ich hole dir einen Kaffee trink wir zusammen einen Kaffee und das war ein Schmäh und wir haben schon wieder gelacht und das war eine Garde und haben trotzdem immer eine gute Leistung bekommen und haben immer Spaß gehabt im Bus und der Schmäh ist gerennt und das sind einfach Sachen die mir einen lieber erinnert er war immer ein lustiger Kerl und hat immer ein Schmäh auf den Lippen gehabt auch wenn man es bei Legenden nicht tut nämlich sie verbessern und tue es wirklich nur ungern aber dein Schmäh ist immer noch gut daran hat sich nichts geändert aber ist es und Themen wie Hierarchie auch bei Busfahrten scheinen uns über all deine Episoden zu begleiten ist es Fluch oder Segen Reinhard die im Bus als Mitfahrer auf der Hinterbank zu Das muss in dem Fall der Tago entscheiden aber es ist nicht so wenn der Tago zu mir gesagt Reinhard ich würde gerne oben liegen hätte ich mich am Boden gelegt so war es nicht er immer quer am Boden geschlafen das hat sich automatisch ergeben das war nicht meine Bestimmung und ich Du kommst zurück nach Österreich du gewinnst zweimal in Serie die Meisterschaft die ersten beiden Titel in der Vereinsgeschichte von Red Bull Salzburg ab wann war dir aber klar es wartet noch einmal Schweden in deiner Karriere gar nicht eigentlich ich bin ich bin nach Salzburg gegangen weil ich gesagt habe ich will dort meine Karriere beenden ich bin wird mich als sehr loyal bezeichnen und habe nicht viel Verein gewechselt also wenn ich bis zu dem Zeitpunkt zurück blicke ich bin von Wadstadt Lau weg gegangen weil sie mich dort nicht gebraucht haben und von Vellkirch bin ich weggangen weil Vellkirch bankrott gegangen ist und dann war ich in Amerika in einer Organisation wo ich nicht viel Entscheidungskraft über meine Vereine gehabt habe sondern es wird ja dort bestimmt über dich und dann wollte ich eigentlich okay jetzt gehe ich zurück nach Österreich beende dort meine Karriere bei dem Verein den ich mir ausgesucht habe aber es passiert halt leider nicht immer so wie ich mir das vorstellen kann und wie man sich das vorstellt und ich bin nach meiner Vellkirch Zeit nach Schweden gegangen und habe in Lexham gespielt und hätte auch nach Ferrestad können und es war halt so außer dass ich Zeit wo ich war der einzige Ausländer in Lexham und also mit Ausnahme von diesen Finnen und Norweger die in den skandinavischen Bereich untereinander wechseln können und nicht als Ausländer zählen und ja ich hätte nach Ferrestad können aber damals nicht den Stellenwert von Ferrestad gekannt das ist mehr oder weniger das Bayern München vom Schwedischen Eishockey wird auch so geführt sind auch in diesem Board drinnen in diesem Aufsichtsrat oder wie man das dort bezeichnet sind als ehemalige Klasse Spieler wie es bei Bayern der Uli Hoeneß oder Rummenigge war oder Paul Breitner ist halt dort der Hakan Lou Thomas Rum gewesen Thomas Samuelsen und sonst noch Spieler drinnen gewesen und mir war nicht bewusst eben wie gut das sind und ich hätte damals auch nach Fairestad können haben wir für Lexen entschieden weil die damals die ersten waren die gefragt haben und ich habe mir dann mal geschworen wenn ich jemals wieder die Chance habe nach Fairestad zum gehen mache und genau da werden wir ganz kurz innehalten wir widmen uns diesem Jahr bei Fairestad und den letzten beiden bei Red Bull Salzburg in aller Ausführlichkeit nach einer ganz kurzen Pause Hockey 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 ist Österreichs führender Software Ausstatter in den Bereichen Sportstatistik Verbandsverwaltung multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, PULS24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data – Better Stats, Better Sports. Hockey Clock mit Martin Pfarrner zurück beim letzten Teil dieser Episode, wo wir ein wenig über deinen zweiten Gang nach Schweden sprechen wollen, aber auch über das Ende deiner Zeit bei Red Bull Salzburg. Du hast in deiner Karriere häufig Teams gewechselt, Vereine, Ligen, Länder. Wie haben sich diese Wechsel vollzogen? Gibt es eine Geschichte, wo man das alles über einen Kamm scheren kann, wo du immer deinen Agenten vorgeschickt hast? Hattest du einen Agenten? Hast du dich versucht, selber zu vertreten? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, bis zu meinem Weg nach Amerika habe ich keinen Agenten gehabt. Ich bin von Veltkirch nach Schweden ohne Agenten gegangen, da habe ich selber verhandelt. In Amerika war es verpflichtend, einen Agenten zu haben damals. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, hat der Domi Zieren das für mich gemacht. Und der hat für mich eben meinen Vertrag in Salzburg ausgehandelt. Wo ich dann nochmal nach Schweden gegangen bin, habe ich das mehr oder weniger zuerst persönlich gemacht mit dem Manager von Fairrestad. Und dann, die Vollendung hat halt dann, dass das zu Papier gebracht wurde, hat dann der Domi Zieren wieder gemacht. Wie hat sich dieses Gespräch, diese Kontaktaufnahme zwischen Fairrestad und Rainer Tivis gestaltet? Ja, ich bin ja davor in Salzburg gewesen und nach zwei Jahren ist meine Zeit dort zu Ende gegangen, leider. Und dann bin ich vereinslos gewesen und dann hat eines Tages der Thomas Rundquist bei mir angerufen. Und hat gefragt, ob ich Lust habe, nach Fairrestad zu gehen. Und was ich vorher schon erwähnt habe, für mich war das ein No-Brainer. Ich habe sofort gesagt, ja natürlich. Er hat mir die Situation geschildert. Er hat gesagt, wir haben einen kompletten Umbruch, wir haben zehn neue Spieler. Wir haben einen jungen Dormann, wo wir überzeugt sind, dass der in der NHL spielen wird. Und dadurch, dass wir so viele neue Spieler haben, hätten wir gerne gerade auf der Torhüterposition einen Mentor. Und wo wir wissen, dass der in die Mannschaft reinpasst. Und dann habe ich gesagt, ja, es hört sich für mich gut aus. Ich bin damals eh in dieser Phase gewesen, mein Rücken hat mir wieder Probleme bereitet. Er hat zu mir gesagt, Rainer, es kann sein, dass du nicht viel spielst. Es kann sein, wenn der andere Dormann nicht gut ist, dass du viel spielst. Und da habe ich gesagt, nein, das passt eh gerade gut. Wenn ich nicht viel spiele, kann ich gut trainieren. Kann auch so meine Karriere nochmal verlängern, weil ich eh meinen Rücken Probleme habe. Und er hat sich das abgespielt. Er hat dann gesagt, er war eigentlich froh, wie ich reagiert habe. Er hat gesagt, er wird mein Angebot machen. Die Verhandlung hat genau null Sekunden gedauert. Er hat mein Angebot gemacht und ich habe es angenommen. Und ja, es ist eigentlich ganz kurz und schmerzlos gewesen. In dieser Antwort waren relativ viele Themenkomplexe drinnen, auf die ich jetzt einzeln eingehen möchte. Und die erste Frage bezieht sich natürlich auf die Person Thomas Rundquist. Jemand, den du lange als Spieler gekannt miterlebt und logischerweise auch geschätzt hast. Wie wichtig war die Person Thomas Rundquist für den Gang nach Ferrestad? Wäre es auch unter einem anderen GM für dich dort hingegangen? Ja, weil ich mittlerweile gewusst habe, was für ein Stellenwert Ferrestad im schwedischen Eishockey hat. Dass natürlich er dort der GM war, hat natürlich alles nochmal vereinfacht. Und dadurch haben wir die Verhandlungen überhaupt, also er hat es gar keine Verhandlung gegeben. Er hat gesagt, Reinhard, wir machen dafür unsere Verhältnisse ein gutes Angebot. Und hoffentlich reicht es für dich. Und ich habe dann gesagt, die sind auch so fair, haben sie gesagt, soll man zu dir schicken oder zum Manager? Sag ich, nein, bitte schick zum Domizieren. Und mir hat dann, glaube ich, am nächsten Tag oder zwei Tage später der Domizieren angerufen und gesagt, das Angebot ist da. Und er hat mir gefragt, was ich glaube, was sie geboten haben. Ich habe ihm dann die Zahl genannt, die hat er genau gestimmt. Und dann hat er gesagt, soll man nur noch verhandeln? Sag ich, nein, nein, ich will dorthin. Fertig. Und ja, es ist echt kurz und schmerzlos gewesen und rückblickend eine der besten Entscheidungen meiner Karriere. Weil du den Rücken, der dir damals auch schon Probleme bereitet hat, etwas, das dich auch die nächsten Jahre begleiten sollte, angesprochen hast. Ab wann ist es erstmals so virulent geworden, dass du gewusst hast, dass, okay, Rückenleiden werden mich wahrscheinlich ab jetzt öfter begleiten, als mir das Liebe ist? Na, das war schon, ich habe ja meinen ersten Bandscheibenvorfall 2000 gehabt in Lexandt. Und mir haben meine Therapeuten gesagt, einmal Bandscheiben, immer Bandscheiben. Also ganz, ganz einfach. Und wenn du so ein Problem hast, musst du permanent was für den Rücken tun. Und dadurch, das hat mich eh immer begleitet. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und ja, es ist halt dann natürlich mit dieser Belastung, die im Profisport auf den Körper eintritt, ist natürlich nicht hilfreich. Aber das war mir bewusst, das habe ich auch bewusst in Kauf genommen. Und ja, irgendwann war es halt dann so extrem, dass es halt nicht mehr gegangen ist. Und für all diejenigen, die vielleicht erst jetzt über diesen Podcast gestolpert sind oder das zur ersten Folge machen, die sie hören, das Thema Schmerz, die Allgegenwärtigkeit, teilweise leider auch. Aber der Umgang damit, über das haben wir sehr ausführlich im zweiten Teil deiner großen Serie vor zwei Wochen, pardon, vor drei Wochen gesprochen. Also wer sich das anhören möchte, ist dort ganz gut aufgehoben. Eine weitere Thematik, die du noch angesprochen hast, dass du dezidiert als Mentor für Jonas Gustafsson nach Verestadt geholt worden bist. War das für dich schon so ein klein wenig der Hinweis, du wirst jetzt nicht mehr als unangefochtene Nummer eins geholt, sondern eben zu Ausbildungszwecken und befindest du dich deswegen vielleicht ein wenig im Herbst deiner Karriere? Oder hättest du schon noch auch gerne gehabt, als Klageeinsergoli geholt zu werden? Nein, also natürlich, wenn du Profisportler bist, willst du spielen. Ganz einfach. Aber in dieser Phase meiner Karriere war das für mich das Richtige. Mir ist gesundheitlich nicht gut gegangen und ich habe die Chance, dass ich wahrscheinlich beim besten Verein in Europa spielen kann, wo ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe in meiner Karriere, dann war das, dass ich damals nicht nach Fairestadt gegangen bin. Und das meine ich nicht, also ich bin echt stolz, jemals für Lexington gespielt zu haben, aber Fairestadt ist halt doch der Verein in Schweden. Und das wollte ich einfach nachholen. Und nein, ich habe mich nicht, was ich vorher schon öfters erwähnt habe oder in unseren Gesprächen, für mich sind alle Spieler gleich wichtig. Und ob jetzt der erste Daumann, der zweite Daumann ist oder der erste Linie Center oder der vierte Linie Center, das klingt zwar abgedroschen, aber es gehören alle dazu. Und für mich war das, für mich war die Saison auch im Nachhinein eine Bestätigung. Ich habe, sind die Trainer zu mir gekommen und haben sie bedankt für meine Zusammenarbeit und das Schönste, was mir dann passiert ist, ist am Ende der Saison, haben wir Abschlussessen gehabt und dann ist eben die Frau von Jonas Gustavsen zu mir gekommen und sie hat gesagt, Reinhard, ich will dir was sagen. Und dann sage ich, ja bitte. Dann sagt sie, du, ich weiß, der Jonas ist nicht einer, der viel redet, aber ich will dir schon sagen, dass er das sehr schätzt, wie du mit ihm umgegangen bist. Und das wird er da nie vergessen. Und das ist schon eine Bestätigung, die mir nachher zeigt, okay, Reinhard, das war doch gut, was du gemacht hast. Nichtsdestotrotz und die NHL-Klammer jetzt mal aus, weil dort den Anspruch erheben, 1er-Gohli zu sein, kann man schon mal machen, aber das ist dann doch whole different animal. Nachdem du dezidiert gebeten worden bist, auch in dieser Mentor-Rolle nach Feriestart zu gehen und de facto zum ersten Mal, zumindest seit wahrscheinlich zehn Jahren in Europa, nicht mehr den berechtigten Anspruch auf den 1er erheben zu können, dann wirst du dich auf diese neue Rolle auch versucht vorzubereiten. Gab es da spezifische Vorbereitungen oder hast du auf dich zukommen lassen? Nein, ich habe das auch. Ich habe ja versucht, mich trotzdem stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und ich bin schon recht ehrlich zu mir selber. Es ist, der Jonas Gustas hat dann damals wahrscheinlich die beste Saison gespielt, die auch bis heute noch die beste eines Torhüters gewesen ist in der schwedischen Liga. Und die Trainer sind auch damals zu mir gekommen und haben gesagt, Reinhard, es fällt uns schon schwer, aber ich habe dann gesagt, stopp, ich müsste mir gar nichts erklären, ich bin ja nicht blind. Und ich bin sicher, wie er spielt, ich würde mich ja selber nicht spielen lassen, wenn ich so einen Goal habe, wo die Spieler schon Angst haben, wenn sie vor ihm stehen, dann wird es ja hier wahnsinnig, wenn sie den austauschen tut. Also da bin ich schon ehrlich zu mir selber gewesen. Aber ich habe mich trotzdem als Teil der Mannschaft gesehen. Die Mitspieler haben mir das auch bestätigt. Für sie war ich auch nicht nur der zweite Tormann, sondern die haben schon gesehen, was ich gemacht habe. Und ich habe ja gewusst, ich bin ja unter bestimmten Voraussetzungen dort hingewechselt. Und das ist das Schöne in Schweden. Also meine Erfahrung mit schwedischen Funktionären und Spielern ist, die sind ehrlich und die meinen auch das, was sie sagen. Und das ist ja alles so kommuniziert worden, wie es nachher eingetreten ist. Also wem hätte ich böse sein sollen? Das war ja so ausgemacht. Du warst nach sieben Jahren Pause oder siebeneinhalb Jahren Pause das erste Mal wieder in Schweden tätig. Damals für Lexandt in der Elite-Serien, dann jetzt für Ferrestad in der Saison 08, 09 in der Elite-Serien. Wie hat sich das, oder hat es sich in deiner Wahrnehmung, das schwedische Eishockey innerhalb dieser Dekade verändert? Das ist schwer zu sagen. Der Eishockey-Sport generell hat sich verändert. Das wird von Jahr zu Jahr schneller, athletischer. Aber wo ich damals um die Jahrtausendwende nach Lexandt gegangen bin, war das Niveau hoch und genauso war es 2008, 2009. Also beide Abstecher nach Schweden zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig für mich jetzt. Das ist beidesmal ein sehr hohes Niveau gewesen. Dann stelle ich auch die Frage in eine andere Richtung, weil es immer, so würdest du zumindest interpretieren, der Buben- oder Jugendtraum war, bei Ferrestad zu spielen. Gab es da einen Moment, wo du dir in der Organisation beim Ankommen dann irgendwie gedacht hast, so, jetzt bin ich angekommen? Nein, weil den Moment hat man immer, wenn man mit Schweden zu tun hat. Die sind so herzlich und auch wenn sie nach außen kühl wirken, ist das sehr familiär dort. Und das hast du gemerkt, wenn du, ich meine, ich bin vom Flughafen abgeholt worden, vom Trainer und vom Manager und auch vom Hackern-Loop, mit denen ich nicht zusammengespielt habe. Und die begrüßen dich mit deiner Umarmung. Und genauso wirst du auch betreut, bis du deine Wohnung beziehst oder alle anderen Sachen, die man noch erledigen muss, wenn man wo neu hinkommt. Und du fühlst dich immer sehr willkommen, wenn du mit Skandinavier zu tun hast. Das ist meine Erfahrung. Bist du mit deiner Familie viel herumgekommen, viel herumgereist? Wann, wie und in welche Richtung ist die Entscheidung gefallen, ob die Familie auch ein Teil von Schweden sein soll oder nicht? Ja, nach Ferrestad ist die Entscheidung gefallen eben, wo ich dann von Salzburg weg bin, dass wir unsere Wurzeln wieder in Vorarlberg aufschlagen. Es ist, Kinder sind in die Schule gegangen, Kinder haben vorher schon oft genug die Schule gewechselt und wir haben ja gewusst, dass das jetzt nur für ein Jahr ist. Und da wollten wir jetzt nicht noch einmal in eine andere Kultur mit einer anderen Sprache. Diese Probleme wollten wir den Kindern nicht noch einmal zumuten. Es ist, also wenn wir die Kinder gefragt hätten, die wären sofort mit. Und also das habe ich schon gelernt. Das ist, ich meine, ich habe natürlich oft hinten herum gehört, dass sie sagen, was für ein Zeigerleben ihr führt und ihr reißt nur umeinander. Und ich bin auf eins draufgekommen, für die Kinder ist nur eines wichtig, dass die Eltern, oder dass die Kinder bei den Eltern sind. Und meine Kinder hätten, denen wäre das egal gewesen, die wären nur für ein Jahr auch noch einmal nach Schweden gegangen. Aber wir haben uns entschieden, dass es, dass es besser für sie ist, wenn sie da jetzt regulär in die Schule gehen. Ist es dir persönlich damit gegangen, auf einmal nicht mehr die Menschen, die dir logischerweise am nächsten stehen, auch nahe zu haben, sondern wieder viele hundert Kilometer entfernt? Ihr Schwierigstes war immer, nachdem sie auf Besuch waren. Ich meine, wir haben uns das so einteln können, dass sie dann doch länger auf Besuch waren immer. Und wenn man halt die Kinder schluchzen und am Flughafen verabschieden muss, ich glaube, weiß jeder, jede Mama und jeder Papa, dass sich das nicht gut anfühlt. Und das war damals, ich war damals, da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Frau gehabt. Die hat mir, sie wollte mir meine Träume nicht verbieten und hat das auch alles so hingenommen, wie ich das entschieden habe. Und sie hat ja gewusst, was mir daran liegt, dass ich da einmal in Ferreis dort spielen kann. Aber da habe ich damals schon gewusst, es geht nur ein Jahr, weil, ich meine, wenn man dann in die Augen von der Tochter schaut und die will nicht ins Flugzeug einsteigen, dann ist das nicht so ein schönes Gefühl. Und da stellt sich dann die Frage schon, Reinhard, du Egoist, warum tust du das? Und es ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und ich habe oft ein schlechtes Gewissen gehabt und habe das auch mit meinen Kindern angesprochen. Und jetzt mittlerweile sind sie groß und sie haben Gott sei Dank keinen bleibenden Schaden davongetragen. Ich meine, es war trotzdem schön. Im Gegenteil, sie reden über die Besuche, wo sie waren. Dann haben wir uns eine schöne Zeit gemacht. Mein Sohn hat die Freunde kennengelernt und hat zusammengespielt, auch mit früheren oder jetzigen NHL-Spielern, wie den Eckl und der jetzt bei Minnesota ist, mit denen hat er, wenn er auf Besuch war, hat er halt mit ihm Eishockey gespielt dort. Und sein Papa war auch früher Kapitän von Ferrestad gewesen und der war natürlich auch immer in der Eishalle. Und dadurch war der Anschluss für meine Kinder, also es ist recht leicht gefallen, dass sie dort Kontakt gefunden haben. Und sie reden mehr über diese Zeit, wo sie auf Urlaub waren bei mir und haben eigentlich nur gute Erinnerungen. Jetzt hast du viele High-Profile-Organisations gesehen, die VEU damals, wahrscheinlich die Crème de la Crème in Österreich. Du warst in NHL und American Hockey League-Organisationen, du warst bei Red Bull Salzburg, die damals auch infrastrukturell ein Ausrufezeichen setzen wollten. Wo rangiert der Feriestad in puncto Facilities und so, wie man dort Eishockey als Profi leben muss, leben darf? An erster Stelle. Das ist eine kleine NHL-Organisation. Ich meine, wie jetzt Feriestad ist, weiß ich nicht. Weil da hat es ja auch einen kompletten Wandel gegeben, es sind alle austauscht worden. Aber damals war es so, es ist eigentlich eine NHL-Organisation gewesen, nur familiär. Fertig. In der NHL, ich habe das große Glück gehabt, das hat mir mein Agent auch bestätigt, dass ich mit St. Louis wahrscheinlich die menschlichste Organisation erwischt habe. Mit dem Larry Blot, der sehr auf Familie bedacht war und wo Kinder auch immer willkommen waren. Da habe ich auch ein Glück gehabt. Aber Feriestad ist für mich die Nummer eins. Diese Mannschaft, zu der du damals dazugekommen bist, was war das für eine Truppe? Ja, wir haben viele neue Spieler gehabt und viele Spieler, die schon ganz lange beim Verein gespielt haben und auch im schwedischen Eishockey sehr, sehr bekannt waren. Und es ist, ich meine, Jürgen Jönsen, der ist, glaube ich, mittlerweile immer noch der Rekord-National-Teamspieler. Der war unser Kapitän und das sind halt Charaktere. Der hat im Playoff, der bei uns in der vierten Linie gespielt hat und ist aber trotzdem noch unser bester Spieler wahrscheinlich gewesen. Er hat aber auch nie gejammert, sondern hat jede Rolle, die ihm aufgetragen wurde, hat er akzeptiert. Und das war schon eine spezielle Truppe, die wir gehabt haben. Nachdem bei Feriestad ja auch der Anspruch der Selbstgesetzte war und ist, jedes Jahr Meister zu werden. Man ist, als du dort hingekommen bist, zweimal in Serie zuvor im Halbfinale ausgeschieden. War da auch Druck verspürbar? Es sollte jetzt langsam aber sicher wieder klappen. Drei Jahre wären zu lang? Nein, so weit habe ich nicht gedacht. Ich meine, es hat sich dann so ergeben, aber ich habe auf das schon geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn ich wollte nicht zu Vereinen gehen, die schon davor gewonnen haben. Ich wollte zu Vereinen gehen, die nicht gewinnen und ich will dann meinen Teil dazu beitragen, dass es endlich funktioniert. So habe ich ja meine Vereine ausgewählt. Ich kann diese Diskussion nicht ganz nachvollziehen, wenn es immer heißt, der Verein hat gegen den Verein immer ein Problem gehabt. Weil wenn ich ein neuer Spieler bin, weiß ich ja das nicht. Ich kenne die Geschichte nicht und es ist mir auch wurscht, was vorher war. Und so ist es auch da. Oh, ich meine, wenn du zu Vereinen wie Ferestad oder ist jetzt die Saldred Bull Salzburg in Österreich. Natürlich zählt für die nur der Meistertitel. Es wäre ja traurig, wenn es anders wäre. Aber das ist mir bewusst, aber ich sage das zum Roger Bader oft, weil er sagt, ja, Roger, dann sagt der Roger zu mir, weißt du, Reinhard, ich will gegen die Slowakei gewinnen. Dann sage ich, Roger, weißt du, ich bin in noch kein Eishockey-Spiel gegangen, weil ich verlieren wollte. Und darum, also natürlich wollen wir gewinnen. Und ich habe ja deswegen nicht mehr Druck, weil ich bei einer besseren Mannschaft spiele. Den Druck tue ich mir ja selber aufsetzen. Du wirst noch faires Zeit geholt, um auch die Mentorrolle eben für Jonas Gustafsson einzunehmen. Und wie war der tagtägliche Umgang mit ihm? Was waren vielleicht auch die Dinge, die du dir vorgenommen hattest in dieser neuen Rolle, in dieser Interpretation deiner Rolle? Er ist ein Partner gewesen. Er ist ein Partner. Wir haben einen super Dormantrainer gehabt, den besten, den ich je gehabt habe, mit dem Erik Kranqvist, der mittlerweile Experte ist im schwedischen Fernsehen. Und mit dem habe ich mich natürlich abgesprochen. Und er hat gesagt, Reinhard, der Jonas ist echt ein super Kerl. Er ist nur stur ab und zu. Du natürlich überhaupt nicht. Nein, ich bin ja auch nicht, Gott sei Dank. Und er braucht halt dann, er wird nicht zugeben, dass du recht hast, aber er wird am nächsten Tag kommen. Und oft reicht er halt nicht. Und das hat jetzt ihn als Dormantrainer ausgezeichnet, den Erik Kranqvist, der hat gesagt, oft reicht nicht, wenn ich was sage, dann ist es gut, wenn das von einem Veteran kommt, hat er gesagt. Und auf die wird er hören. Und so war es dann auch. Ich habe auch die Freiheiten gehabt. Ich habe mit ihm Späße machen können, wo er bei anderen beleidigt gewesen ist. Und bei mir war er es halt nicht. Aber das hat ihn halt auch wieder aufgelockert. Und da habe ich schon andere Freiheiten gehabt als älterer Mitspieler, der, sage ich mal, schon dort gespielt hat, wo er gerne spielen möchte. Und ich würde sagen, dass es ein recht, wirklich recht freundschaftliches Verhältnis war. Ich muss sich da noch bei einer Komponente einhaken. Wenn du sagst, Erik Kranqvist war der beste Torhütertrainer, den du jemals in deiner Karriere hattest. Warum? Weil er den Menschen verstanden hat. Er hat, der ist zu Verständnis, der war auch Torhüter, selber hat in der schwedischen Liga gespielt. Und am Ende seiner Karriere ist er drei Monate meditieren gegangen nach Indien. Und das habe ich von ihm gelernt, dass er versucht, die Menschen zu verstehen. Und ich habe auch, er hat mich auch trainiert und ich bin auch nicht immer einfach gewesen. Und oft war er auch grantig, wenn er mir zum zehnten Mal gesagt hat, ich soll was tun. Und dann habe ich ihn auch schon mal geschimpft, was man dann im Nachhinein eh leitern hat. Und wir haben ihn dann entschuldigt bei ihm. Und da war er überhaupt nicht nachtragend gewesen. Er hat das verstanden. Er hat dann gewusst, okay, jetzt muss er mich in Ruhe lassen. Oder er hat, was ich gerade vorher gesagt habe, beim Jonas Guss, er hat gewusst, er sagt zu einem, er wird beleidigt sein, aber am nächsten Tag wird er kommen und wird das versuchen umzusetzen, auch wenn er es nicht sagt. Und er hat die Spieler lesen können, auch von der Körpersprache her. Ab wann war dir klar, hier in Ferrestad, da ist was, da braut sich was zusammen im Speziellen? Also something special is brewing here. Relativ früh. Wir haben, ich meine, wir sind, wir haben Vorbereitung gehabt, da hat es dieses Salud, was ja nachher von Salzburg war, das hat es ja im skandinavischen Bereich schon gegeben, das ist ja von dort abgewandelt worden nachher. Und dieses Turnier von Red Bull Salzburg. Die European Trophy damals, glaube ich, auch mit Bo Lennartsen, der ja auch schon Teil von Ferrestad war. Genau, der hat ja auch bei Ferrestad was zum, war der in der Organisation und das haben ja die Skandinavier schon gemacht mit Norweger und Finnland. Und wir sind halt da gekreist und haben auch nur gegen gute Mannschaften gespielt und haben zwar ergebnistechnisch nicht immer gut abgeschnitten, aber wir haben halt auch einen Trainerstab gehabt, die sehr, sehr relaxed waren und gesehen haben, okay, das funktioniert schon, da fehlt halt nur noch der Feinschliff. Und wir haben einfach zu gute Spieler gehabt, auch von den Charakteren her, dass das nicht funktionieren hat können. Und dann mitten in der Saison sind wir halt durchgestartet, auch der Verdienst vom Torhüter, vom Jonas Gustafsson, der war schon so in die Köpfe drin bei den gegnerischen Spielern, dass die das leere Tor nicht mehr getroffen haben. Spätestens im Jan, wenn man auf seine individuelle Saison blickt, sowohl in der Regular Season als oder in der Postseason, Goal Against Average unter zwei, Safe Percentage über 93. In Zahlen ließ sich das beeindrucken, aber wie schafft man es, in die Köpfe des Gegners so reinzukommen? Keine Ahnung, wie die Spieler da ticken. Es ist halt so, wir haben natürlich auch so eine gute Mannschaft gehabt, so eine gute Verteidigung, dass nicht so viel zugelassen worden ist. Aber nichtsdestotrotz war der Hauptgrund her. Und wir haben ja die Spiele nicht 6-1 oder 6-0 gewonnen, sondern wir haben 1-0, 2-1, 3-2. Das war wahrscheinlich die Ausnahme, dass so viele Tore fallen. Und da hat halt wieder bewiesen, dass Defensive gewinnt Meisterschaften. Wir haben ja, glaube ich, sogar einen Rekord aufgestellt, dass wir, ich glaube, 15 Spiele hinterherland gewonnen haben oder irgend sowas. Und sind auch so ins Playoff noch gegangen und haben dort zwar immer knapp gewonnen, aber wir haben halt jedes Spiel irgendwie über die Runden gebraucht. Viertelfinale gesweept, Halbfinale gesweept, Finale 4-1 gewonnen. Eine unfassbare Postseason und die Werte von Jonas Gustafsson mit einem Goal-against-Average über 13 Playoff-Spiele, wohlgemerkt die beste Competition der Liga mit 1,03 und einer Safe-Percentage von über 96 Prozent. Kannst du dich noch an die Playoffs erinnern und wie ist es, so einen unfassbaren Torhüter-Run von der Bank aus zu verfolgen? Ja, da gibt es gar keine Worte. Das war unglaublich. Das war echt unglaublich. Es ist ja nicht so. Auf der anderen Seite hat gespielt, ich glaube, wir haben gegen Brünnes im Viertelfinale gespielt, da hat ein Lindbeck und ein Markstrom gespielt. Die haben beide in den Jail gespielt und spielen immer noch. Und wir haben gespielt im Finale gegen Stefan Leaf, der leider tödlich verunglückt ist bei Jaroslav damals, der ein absoluter Gewinner-Gohle war. Also es ist ja nicht so, dass die anderen einen blinden Torhüter-Mann gekocht haben, sondern die waren genauso gut. Aber er war einfach eine Stufe drüber und er ist dann gejagt worden von ganz vielen NHL-Klubs. Hat es ja dann auch in die NHL geschafft, unter anderem Maple Leafs und Red Wings. Später dann noch Bruins und Eulers für kleine Stelldicheins. Aber jetzt wirst du auch noch in Schweden-Meister. Fügst du diesen Titel deiner ohnehin schon großen Karriere hinzu. Die Schweden sind ja mutmaßlich, also will es das Klischee vielleicht etwas unterkühlt. Aber was ist in Karlstadt los, wenn Feristab-Meister wird? Ja, das war unglaublich. Der ganze Plot war voll. Ich glaube, da waren 30.000 Leute bei der Parade. Also da hast du nur mehr Leute gesehen. Das war, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das so einen riesen Stellenwert hat und dass das in Schweden möglich ist. Aber da war, bis in die Seiten großen hast du nur Leute gesehen. Das war echt, das war ein tolles Gefühl. Wenn du bei diesem zweiten, sagen wir mal Schweden-Abenteuer, eine Erinnerung mitnehmen müsstest oder benennen müsstest, wo du sagst, die wird mir ein Leben lang bleiben. Ist es genau diese Parade oder ist es etwas völlig anderes? Ja, es ist etwas ganz anderes, als ich mit meiner Tochter fischen war. Über das lachen wir heute nicht. Meine Tochter wollte immer fischen. Und dann sind wir fischen gegangen und sie war acht Jahre und sie hat die Angel so schlecht reingeworfen, dass sie immer hängen geblieben ist. Und ich habe immer, sie hat abgerissen, ich habe wieder neu aufsetzen müssen. Und dann sind wir wieder fischen gegangen und sie ist hängen geblieben. Und dann, Papa, ich will noch einmal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da habe ich wieder, wieder neu die Angel aufgesetzt. Und sie wirft wieder rein und sagt, Papa, ich bleibe schon wieder hängen. Und ich bin schon fußteufelswild gewesen. Und dann sage ich, ich gebe her die Angel. Und in dem Moment springt der Fisch aus dem Wasser. Er hat sich ein Hecht gefangen sogar. Und er hat sich so eine Freude gehabt. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Komischerweise, die ganze Saison war toll vom Eishockey-Technik. Wenn ich sagen kann, aber die Momente, die nachher, eben, wie jetzt das mit meiner Tochter, über das, da erzählt meine Tochter heute sogar noch. Du hast es angesprochen. Es war immer darauf ausgelegt, dass es ein einjähriges Abenteuer bleiben wird mit dem Ausflug nach Fergestad. War dementsprechend auch klar, dass es zurück nach Österreich gibt? Oder wolltest du da dann auch nochmal Tabula rasa machen, um zu sehen, wo es potenziell hingehen könnte? Nein, es war, ich war eigentlich offen. Offen nach allen. Ich habe jetzt gewusst, okay, jetzt bin ich wieder zurück. Und wollte aber nur für einen Verein spielen, wo ich weiß, dass ich wieder um einen Meistertitel mitspielen kann. Weil du gesagt hast, dass die Vereine immer so ausgesucht, dass sie gerade keinen Erfolg hatten. Inwieweit war es für dich von Relevanz, dass Salzburg ausgerechnet im siebten und alles entscheidenden Spiel gegen Klagenfurt, den Kürzeren, in der Meisterschaft gezogen hatte? In dem Moment gar nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich noch einmal nach Salzburg gehe. Es ist, so wie ich das System bei Red Bull Salzburg verstanden habe, ist, wenn du dort spielst, kannst du dort bleiben. Und die sind auch loyal, aber wenn einmal weg ist, sind sie beleidigt. Du bist doch einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo dieses Beleidigtsein offenbar nicht dauerhaft war. Warum? 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 Warum ist man sie? Ich frage mir, hat damals jemand gesagt, weil sie eben nicht gewonnen haben. Und dann ist halt die Diskussion gestanden, wie wir wieder gewinnen können. Und dann ist halt mein Name gefallen. Und so, ich bin ja nicht von Anfang an der Saison wieder dort gewesen. Ich bin ja dann mitten in der Saison nach Salzburg gekommen, nachdem sie, glaube ich, am 8. Platz gestanden sind. Du bist am 12.11.2009 erstmals gegen Linz, als ob das Schicksal es genauso wollte, dann für Salzburg zum Einsatz gekommen, als amtierender schwedischer Meister, wenn gleich Backup, so lange ohne Job zu bleiben. War das Kalkül oder bist du irgendwann ins Schwitzen gekommen, ob das mit Right Time, Right Place noch was wird? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, okay, ich würde gerne noch weiterspielen, aber nur beim Top-Verein. Ich habe Angebote von anderen Vereinen gehabt, wo vielleicht das finanzielle Angebot interessanter gewesen wäre, aber wo ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, dass ich dort etwas gewinnen kann. Und dadurch habe ich das abgelehnt und habe mich eigentlich entspannt zurücksetzt und abgewartet. Wie war dieses Abwarten oder wie hast du versucht, auch mit deinem Körper von Schmerzen und vielen Strapazen gezeichnet, wirst du versucht, dich auch einigermaßen fit zu halten im Wissen, man ist jetzt auf Abruf? Ich habe ganz normal, mein Sommertraining ist halt verlängert worden und ich habe das Glück gehabt, ich habe da halt noch in der zweiten Liga, aber ich bin da in Feldkirch mit aufs Eis gegangen und habe mich so fit gehalten. Und dann kommt der Anruf aus Salzburg. Wie lange hast du nachdenken müssen? Ja, dann ist der Anruf aus Salzburg gekommen, dann habe ich mich mit Bär-Baché getroffen noch einmal, bin ich nach Salzburg gefahren und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben bis Ende der Saison. War das ein sich rasches Wiedereinleben oder weil es dann eben auch hier wieder viel Fluktuation gab, eine komplett neue Erfahrung für dich? Nein, es war ja, also der Stamm war ja noch da von den österreichischen Spielern und dadurch ist es recht einfach gewesen. Ich habe ja trotzdem Kontakt gehabt zu den Spielern, weil wir ja im National dem Zaun gespielt haben oder die Eishockey-Welt ist ja nicht so groß, dass man da den Kontakt verliert, wenn man mal eine Zeit weg ist. Also das ist eigentlich recht einfach gegangen. Das Einzige, was in dieser Saison so wirklich Konstanz hatte, war, dass es zumindest auf der Torhüterposition wenig Konstanz gab. Mit Dave Lenevy und dir hat Pierre Pagé vielleicht der Torhüter bewusst auf keine Nummer eins gesetzt. Wie ging es dir in diesem Konkurrenzkampf und wird der sich vielleicht auch von anderen, die du zuvor in deiner Karriere hattest, unterschieden? Überhaupt nicht, weil ich weiß es nochmal, das ist abgedroschen, aber ich habe jetzt das nicht, ich sehe den anderen Torhüter nicht als Konkurrenz, sondern wir sind eine Mannschaft und wenn es einem gut geht, geht es den anderen automatisch auch gut. Natürlich will jeder spielen, ich will genauso spielen wie der andere, aber im Endeffekt, wenn du Meister wirst, bewirst du ein Meister als zweiter Torhüter. Und auch das hilft einem später im Verlauf deiner Karriere. Und ich glaube, dass ich, ich habe das große Glück gehabt, habe ich auch jetzt in unserem Gespräch schon erwähnt, dass ich, wie ich mit einem Klaus Dahlperz an Dorman gehabt habe, der auch diesen Neid nicht gekannt hat. Ich habe das Glück gehabt, wo ich nach Amerika gekommen bin, mit dem Chris Osgood, der immer nett war, oder der Patrick Lallye mit denen, oder Brent Johnson oder Freddie Brathwaite, mit denen ich zusammengespielt habe. Die waren immer unterstützend und so wollte ich das weitergeben. Und so habe ich das mit allen Torhütern, mit denen ich zusammengespielt habe, weitergegeben. Und was mich persönlich echt freut, ist, dass die Goalies, mit denen ich dann, wo ich die nominelle, die nominell bessere Goalie war, die, wenn ich dort war, haben alle ein besseres Safe Percentage gehabt, als bevor ich gekommen bin. Und so war es ja auch mit dem Lenovo. Nichtsdestotrotz, die Narrative, die sich dann auch sehr schnell drumherum entwickeln, man kriegt nie einen Rhythmus, wenn man nie weiß, ob man jetzt irgendwie länger drin ist oder nicht, ist das überbewertet? Und ist das so ein klassisches Mediennarrativ, oder steckt da tatsächlich was dahinter, dass man mit genug Spielen dann auch irgendwie in den Rhythmus kommt und der sonst fehlt? Nein, der Dormann braucht einen Rhythmus. Und ich meine, wir haben damals im Playoff abgewechselt und es hat zwar funktioniert, aber ist ein Schwachsinn, meiner Meinung nach. Da wollte halt der Pierre ein Exempel statuieren und zeigen, dass er das Heusokey neu erfunden hat. Aber ich halte nichts davon. Und wenn man da rückblickend schaut, wir sind ja nicht Meister geworden, weil der Lenovo oder der Divis so gut war, sondern weil wir die bessere Mannschaft waren. Fertig. Und also nicht wegen der erhöhten Leistung in dem Jahr. Und ein Grund war auch deswegen, weil keiner gewusst hat, was los ist. Auch ich nicht. Und ich glaube, dass ich mental recht stark bin und mich nichts aus der Ruhe bringen lassen kann. Aber natürlich ist es hilfreicher, wenn du weißt, dass du die Rückendeckung vom Trainer hast. Wenn man die Finalserie aus diesem Jahr isoliert betrachtet, was hat das über diese Salzburger Mannschaft ausgesagt, dass auch ein 0-2 in der Finalserie kein Rückenbrecher war? Wir waren... Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob die anderen da gleich mitdenken. Ich glaube, wir haben das schon gedreht, aber nicht, weil wir so gut waren, sondern weil Linz im Finale einfach schon blau war. Die haben eine ganz lange Serie gehabt. Ich habe auch eine Szene im Bild, wo der Philipp Lukas, der Kapitän von Linz, hätte auf einen Breakaway gehen können. Und unser Verteidiger, der vier Schritt hinter ihm war, hat ihn aber locker eingeholt, weil er schon so blau war, weil er einfach nicht mehr können hat. Weil er so überspielt war. Und die haben einfach nicht mehr können. Linz war fertig. Die haben halt nur mit zwei Linien gespielt. Und da war das System von Pierre halt hilfreich. Der hat mit vier Linien durchgespielt. Ist wurscht, was passiert. Und dadurch haben wir mehr Kraft gehabt am Schluss. Gewöhnt man sich irgendwann ans Meisterwerden? Nein. Nein, es gewöhnt man. Man gewöhnt sich nicht. Es ist jedes Jahr ein tolles Gefühl. Aber gibt es trotzdem den Moment, wo man dann innehält und sich denkt, Wahnsinn, aus Schweden kommend oder nach Schweden gehend zweimal Meister in Serie geworden, in Schweden Meister geworden, dann wieder in Salzburg bei der Rückkehr, nachdem es genau dieses eine Jahr, wo du nicht Teil der Mannschaft warst, nicht geklappt hat? Wohl ich schon. Das ist ein gutes Gefühl. Und ja, ich bin, da bin ich schon, also ich glaube, du kennst mich recht gut, ich rede nicht so über meine Vergangenheit, aber mir ist, ich bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe. Auch wenn ich nicht drüber rede. Aber ich weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man jedes Jahr an einem Meistertitel mitspielen kann. Und ja, natürlich habe ich mir auch die Vereine aussuchen können und habe auch gezielt gewählt, wo ich mir gedacht habe, okay, da können wir eine Chance haben. Aber trotzdem, nur weil du jetzt vielleicht nominell die beste Mannschaft hast, heißt es ja nicht, dass du immer Meister werden kannst. In dem Jahr, wo Salzburg eben nicht Meister wurde, jetzt waren sie ja auch die beste Mannschaft nominell. Und nur, es muss halt trotzdem alles passen, dass man die Saison wirklich mit einem Triumph abschließen kann. Du hast die Saison in der Liga mit der Meisterschaft abgeschlossen und gleichzeitig auch nach der Saison deinen letzten Auftritt im ÖRV-Nationalteam gehabt. Bei der WM, der Division 1A, dort mit deinen Leistungen auch erheblichen Anteil daran gehabt, Österreich unter Wilke-Leagern wieder in die A-Gruppe zurückzuführen. Welchen Stellenwert hat er über deine Karriere gesehen, das Nationalteam für dich? Einen großen Stellenwert. Bei uns war es so, wir haben Spieler gehabt wie ein Herbie Holmberger, ein Martin Ulrich, Dieter Kahl, die haben immer im Ausland gespielt zu ihren besten Zeiten und die sind alle gern gekommen. Wir haben einfach gern für Österreich gespielt. Darum ist es für mich oft heutzutage schwer verständlich, dass Spieler permanent absagen und sie nur die Zuckerlausse suchen und nur zu den großen Turnieren kommen. Wir sind auch für ein Trainingslager im November von Schweden oder Deutschland hergekommen. Man sollte schon stolz sein. Das ist das, was ich leider an uns bekrittle, wenn wir die italienische Hymne zum Beispiel bei der Fußball-Lehm zuschauen, mit was für einer Inbrunst die das singen. Und dieser Patriotismus fühlt mir ein bisschen in Österreich. Inwieweit ist es auch, nennen Sie es mal, poetische Schönheit, dass du bei einem Turnier, bei dem viele vielleicht absagen, in deinem letzten Turnier fürs Team mehr als einen großen Anteil hattest, das Team wieder in die A-Gruppe zurückzuführen und dann es auch eine Nationalteam-Karriere sein zu lassen? Ich hätte ja gerne noch weitergespielt, da bin ich vor der nächsten WM ja verletzt worden und an der Schulter operiert worden. Also es war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich ja nicht meine Nationalteam-Karriere beendet, sondern ich bin so lange zur Verfügung gestanden, solange mich der Trainer für gut befunden hat. Ich wäre ja damals, ich glaube in der Slowakei wäre dann die nächste WM gewesen, da wäre ich auch dabei gewesen, nur bin ich halt leider im Finale davor verletzt worden. Es geht in deine letzte Salzburg-Saison und die möchte ich ein klein wenig abkürzen, das Ganze aber noch mit einer Episode versüßen, die mich erreicht hat von einem ebenfalls langjährigen Weggefährten, mittlerweile PULS24, Eishockey-Experte, nämlich Daniel Welser, der auch die Aufgabe bekommen hat, wie alle anderen Wortspender, sich ein wenig mit deiner Karriere, mit deinem Tun und Wirken auseinanderzusetzen und er hat Folgendes mitgebracht. Ich habe den Reini das erste Mal bei der AWM in Prag 2004 kennengelernt und wie er da performt hat in seiner St. Louis Plus-Maske. Und ja, die WM war sehr erfolgreich, weil der Reini hat uns da zu einem historischen 2-zu-2 gegen Kanada geführt und überhaupt wie er da performt hat, war unglaublich und das zeigt wieder, dass man einen starken Rückhalt braucht, um erfolgreich zu sein. Und ja, aber den Reini habe ich dann das Jahr darauf, wo dieser Lockout war in NHL, da hat er bei Villach gespielt und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ein Penaltyschießen gehabt und ich bin ja nicht bekannt dafür gewesen, dass ich gleich einmal aufgestellt wurde und durfte einen Penaltyschießen gegen den Reini schießen. Der ist Gott sei Dank auch reingegangen. Ich weiß gar nicht wie, aber auf alle Fälle ist er reingegangen und das bleibt mir irgendwie in Erinnerung. Und ja, zu meiner Salzburg-Zeit mit dem Reini, kann ich mich erinnern, er war ja vor mir schon in Salzburg tätig und ist Meister geworden, aber er war ein guter Grund oder ein wichtiger Grund, dass wir damals 2007, 2008 Meister geworden sind und ja, er hat dann Red Bull Salzburg verlassen. Aber ich glaube, vielleicht kann er sich noch erinnern an den European Trophy, ich glaube, das war 2010, 2011, ganz kurios, sein letztes Salzburg-Jahr und Spiel um Platz 7 gegen, glaube ich, TPS Turco war das in Zell am See und ja, miserabel gestartet. Wir waren gleich mal 5-1 zurück, glaube ich und der Reini ist dann statt Dan Lacosta, glaube ich, war dem Tor reingekommen in den Kasten und ja, schlussendlich ist es 9 zu 5 für den Gegner ausgegangen. Aber was kurios war, dass Pierre Paché, glaube ich, im letzten Drittel bei jeder Unterbrechung die Dormäner gewechselt hat und sowas habe ich nie erlebt im Eisgesport und ich glaube auch der Reini, der ist dann nur bei Packs immer bei der Panne gestanden, hat gewartet, bis die Unterbrechung war. Dann haben die Dormäner getauscht, haben sich abgeklatscht und ja, dieses spezielle Spiel bleibt mir in Erinnerung. Aber was den Reini so ausgemacht hat, war immer als Dormann, er war ein harter Arbeiter abseits vom Eis, auch am Eis, aber abseits vom Eis, was der in seinen Körper investiert hat, welche Arbeit, er hat seine kleinen Wehwehchen immer wieder selbst therapiert und ich habe keinen Dormann gesehen in meinem Team, der so hart an sich gearbeitet hat, also das hat ihm wirklich ausgemacht und da war er stur und hat sein Programm abgespult und war immer topfit. Und ja, Reini war auch ein lustiger Kerl, der immer wieder ein Schmäh gebracht hat in der Kavine und für lockere Späßchen auch zu haben war und das war eine lustige Zeit mit ihm. Auch da steckt schon wieder viel drinnen und über viele Teilbereiche und Aspekte haben wir schon gesprochen, aber weil er genau dieses eine Spiel bei der European Trophy angesprochen hat mit diesen ständigen Torwartwechseln bei ihrer Unterbrechung im Schlussdrittel, abgesehen davon, dass ich viel zu gerne Mäuschen dort auf der Bank und so es irgendwie auch geht, in deinen Gedanken irgendwie gespielt hätte, war das die kurioseste, absurdeste Setz, ein Adjektiv, das hier passt, ein Partie deiner Karriere? Das war ein klassisches Beispiel, wie man einen Torwart kaputt machen kann. Es ist der Dänler Koster, ein echt lieber Kerl, der ist ja auf Dreier-Art-Basis gewesen. Da haben sie einen zweiten Torwart mit nach mir gesucht und das war ein super Torwart. Aber der Trainer hat es geschafft, dass er ihn kaputt macht und er hat das Spiel gekriegt, war 5-0 hinten nach dem ersten Drittel, wobei ich ehrlich sagen muss, dass er am wenigsten dafür hat können und dann bin ich eingewechselt worden als zweite Drittel und war nicht viel besser. Da ist 7-0, glaube ich, gestanden, oder ich weiß nicht, zu null, ich habe zwei Tore gekriegt und dann geht es ins letzte Drittel, kriege ich das achte Tor und auf einmal steht der Dänel vor mir und sagt, hey, I've got to change, und dann fahre ich zur Bank zu, ich schaue zum Pierre, denke, das darf ja nicht wahr sein und setze mich nieder, sagt er, Divo, you're up next und er hat zum Wechseln angefangen, jeden Wechsel und der Lacosta hat sich überhaupt nicht mehr ausgehend und ich habe das dann dreimal mitgemacht und beim vierten Mal habe ich gesagt, den bleib ihm da, ich gehe nimmer eine, ich lasse mich nicht verarschen, habe ich gesagt und ich habe es halt schade gefunden für den, weil das war eigentlich ein guter Tormann, aber der ist halt da kaputt gemacht worden und mir fehlen da eigentlich die Worte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ist das Mannschafts-intern, Players-only oder dann mit dem Coach auch thematisiert worden? Nein, überhaupt nicht, weil es keinen Sinn gehabt hat. Und ich bin zum Denkern, ich habe gesagt, bitte überleg nicht eine Sekunde über das, was heute passiert ist, weil das ist nicht normal. Also bitte, das darfst du echt nicht kaputt machen und mir war es wurscht, wenn ich ehrlich bin. Es war die letzte Saison in Salzburg, die Formvollendung war dir leider nicht vergönnt, nachdem du da im sechsten Spiel oder im fünften Spiel eine Schulterverletzung zugezogen hattest. Nichtsdestotrotz gab es noch einmal eine Meistermedaille. Wenn du jetzt auf diese sehr erfolgreiche, aber natürlich auch turbulente Zeit in Salzburg zurückblickst, was bleibt für dich davon übrig? Das ist eine tolle Zeit. Also ich bin ein Wiener und lebe jetzt in Vorarlberg und jetzt überspitzt gesagt, ich war auf der ganzen Welt und für mich gibt es zwei Orte, wo ich mir vorstellen kann, permanent zu leben und das ist Salzburg und Vorarlberg. Und ich bin immer wieder gern in Salzburg, die Organisation ist toll, sie haben einen super Sponsor mit Red Bull, der das alles ermöglicht. Wer mehr rauszuholen, ja, ich glaube schon, in Salzburg ist es schade, dass da nicht mehr produziert wird an Spielern, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich habe gerne in Salzburg gespielt, ich war immer stolz darauf, dass ich das Trikot tragen habe dürfen und da will ich echt keine Sekunde missen. worauf du sehr viel Einfluss hast, ist, dass es in zwei Wochen passiert. Das ist nämlich das Ende von Teil 4 deines großen Karriere-Rückblicks, der fünfte und wahrscheinlich wichtigste Teil widmet sich unter anderem deinem Debüt in der National Hockey League und deiner Zeit in Übersee. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern. Gern geschehen. Das war Rainer Diewis und das war Teil 4 der Karriere-Rückschau heute. In einer Woche gibt es wieder eine reguläre Folge von Hockey Clock mit Martin Fahner und dann in zwei Wochen das große Finale der großen Karriere des Jahrhundert-Goalys Reinhard Diewis hier bei Hockey Clock mit Martin Fahner. Gerne mehr davon. Hockey Clock mit Martin Fahner über die Karriere des österreichischen Jahrhundert-Goalys Rainer Diewis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data Better Stats Better Sport Boat Untertitelung des ZDF, 2020